Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Mysteriöse Einbruchserie setzt sich fort. Ein alter Bekannter. Kalidee auf Abwägen. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen im Rocky Beach Paralleluniversum. Mein Name ist trotzdem immer noch Thomas und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Er ist der Grund, warum wir heute die Jahrhunderschein besprechen müssen. Hallo Jonas! Ein Wunderschön! Und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ich jetzt einen Hörsturz. Denn sie wollte eigentlich den Fall Tödliche Regie besprechen. Hallo Nell! Hi! Du, Tödliche Regie, ne? Das ist ja für mich echt so eine Folge, wo ich sage, boah, ne, bitte im Leben nicht. Doch, 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 doch. Das ist irgendwie auch witzig. Ja! Ich mag dieses Panic-Panic-Pocky-Lieb! Boah, ja, genau! Da kriege ich die Krise, weil wenn ich diese Stimme höre, ne, dann ist, boah, so nervig. Katastrophal. Und deswegen besprechen wir ja quasi heute Jahrhundertstein, weil ich wollte unbedingt das Haus der Tausend Rätsel besprechen, wo Nell sich gegen gesträubt hat. Ich wollte Tödliche Regie nicht haben. Und dann meinte ich, Jonas, lass den Jahrhundertstein nehmen. Und dann habe ich so, oh, okay. Ja, ich hätte Tödliche, ach, nicht Tödliche Regie hier, Haus der Tausend Rätsel, hätte ich auch genommen. Auch mega witzig, der Fall, finde ich. Der hat richtig viel Potenzial. Ich finde den richtig, richtig gut. Aber Nell hat sich gewehrt. Ja. Und der hat nicht nur Potenzial, der hat auch so ein bisschen, ich sage mal, man kann so schon mal ein Bild darauf werfen, wie Bob auf seine alten Tage wird. Nell, warum magst du die Folge nicht? Haus der Tausend Rätsel? Ja. Ich finde die einfach, schlicht gesagt, langweilig. Nein. Doch, ist nichts Spannendes bei Sinn. Ein paar Rätsel, so Escape Room-mäßig quasi. Ist doch schön. Ich finde die schillig. Kannst du ja mit den Rätseln mal anfangen, ist die andere Frage, weil es ja auch bis gleich eine Generationsfrage. Ja, das kann sein. Ein paar Rätsel-Sachen habe ich gewusst. Ich habe die ja erst letztens aus Versehen nochmal gehört. Ähm. Aber mit den anderen Rätseln konnte ich nicht so viel anfangen. Möchtest du denn mal erzählen, warum du die aus Versehen gehört hast? Äh. Ne, lieber nicht. Soll ich das erzählen? Es war so, ähm, ich musste dann ein bisschen in den Hintern treten, weil ihre Lieblingsszene gefehlt hat. Ja, und dann hat sie halt statt den Jahrhundertsteinen anscheinend Haus der Tausend Rätsel gehört. Sie meinte auf jeden Fall irgendwann zu mir, äh, meine Lieblingsszene ist übrigens die in der Bar. Und ich dachte mir, hä, Jahrhundertsteine? Zähne in der Bar? Wann hast du jetzt vergessen? Wo war die denn gewesen? Und dann bist du hinterher, wenn ich da kam und dann die falsche Folge gehört hat, zur Vorbereitung. Also, war schon, ich muss ja schon mal, ich denke, verdammte Axt, wo ist denn da die Bar gewesen? Was hast du denn vergessen? Bist du irgendwo eingepennt? Ne, also ich war erst mal am Zweifeln an mir selbst. Ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht, aber natürlich habe ich keinen Fehler gemacht, sondern du. Ah, du bist ja genau, sorry, mein Fehler. Ja, ich war, ja, ich bin, ich bin noch hier, äh. Er ist für mich ein, ein Garant des Wissens. So, danke, Nell, für die Vorlage. Ja, Jahrhundertsteine. Nell, möchtest du ja mit deinen Nellsten deutschen Nebenfakten anfangen? Wenn ich jetzt nein sage, liest dann jetzt jemand anderes vor? Nö, ich möchte, schiebe ich sonst nach hinten. Also, ähm. Ihr könnt ja nicht durchs Hingehen, ihr habt mir ja schon angesprochen bei der singenden Schlange, da kannst du die gerne in mein Vorfeld einsprechen. Ich fand ja den Klappentext von dir auch so schön bei der singenden Schlange, muss ich sagen, weil da einfach eine ganz andere, ganz andere Rhythmus drin ist, ein ganz anderes Feeling aufkommt, muss ich sagen. Ja, habe ich den aber nicht sogar für diese Frage eingesprochen. Ja, habe ich auch hier auf meinem, auf meinen Touch. Warten, kriegst du gleich, zuhören. Hättest du mal damals früher mit den Nellsten deutschen Nebenfakten ja fertig sein müssen, ne? Ach, ist ja ein Fehler. Tja. Ah ja. Wir verraten jetzt nicht, dass ich vorhin noch was geändert habe und was eingebaut habe. Das erledigt sich gerade selbst. Ich weiß. Schieß los. Also, Nell's Nördsche Nebenfakten. Die Folge der Jahrhundertstein erschien 2007 als Hörspiel Nummer 8, der Die Drei-Reihe. Die Geschichte stammt von Markus Winter und hat eine Spielzeit von 77 Minuten. Taro Togati, der im Drei-Frage-Zeichen-Fall der verschwundene Schatz auftritt, taucht um die Drei-Universum auf und bittet die Drei um Hilfe. Autor Markus Winter reichte 2001 bei Cosmos das Manuskript, die Drei-Frage-Zeichen und der einarmige Bogenschütze ein, blieb allerdings zunächst unbeachtet. Markus Winter schrieb noch zwei weitere Skripte für die Drei, diese wurden aufgrund der Beendigung des Rechtsstreits anderweitig genutzt. Die Kathedrale der Macht erschien bei Einen Fall für die Rosen, der Fall 28 Stufen bei den Sherlock Holmes Chronicles. Witzig daran ist, ich kenne beide Folgen aus den beiden jeweiligen Serien. Sind die gut? Ja, also das Ding ist einfach, bei Kathedrale der Macht habe ich tatsächlich damals das nur gehört, weil mir eben bewusst war, dass es eigentlich ein D-Drei-Fall sein sollte. Da wurde dann natürlich einiges geändert, aber bei 28 Stufen bei den Sherlock Holmes Chronicles wusste ich das tatsächlich nicht. Ich höre aber im Moment die Reihe halb durch und dann habe ich den letztens gehört und jetzt, wenn ich so darauf zurückblicke, ich weiß nicht, wie oder wie viel daran verändert wurde, weil an sich könnte ich mir das nicht als die Drei-Fall- oder Drei-Frage-Zeichen-Fall vorstellen. Das ist einfach, ey, das geht allein schon wegen dem Ort gar nicht richtig. Ja, da wird wahrscheinlich einiges geändert worden sein, bei Sherlock Holmes, wahrscheinlich zu zweit unterwegs, denke ich mal, ne, Sherlock und Watson, deswegen wird da einiges geändert worden sein, auch vielleicht auch ein bisschen dramatischer, denke ich mal, weil da Fragezeichen und die Drei ist ja so ein bisschen, dann doch ein bisschen seichter, sage ich mal, jetzt nicht so, dass du hier irgendwie großartig irgendwelches so Thriller-mäßig unterwegs bist, sondern eher dann ein bisschen sanfter, sage ich mal. Aber war mir nicht bewusst, deswegen werde ich auch mal reinhören demnächst. Ein Fall für die Rosenkennigkeit, was ist das überhaupt? Das ist im Endeffekt spät erstens in der Vergangenheit, also ich glaube so Anfang 19. sind es oder 20. Jahrhundert und deshalb im Endeffekt über drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungs und die dann, wie gesagt, auch Fälle lösen, nur ist, wie gesagt, spielt das Ganze in Vergangenheit und ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es entweder in Frankreich oder Italien spielt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber hört sich das mal interessant an, also vielleicht komme ich mal reinhören, einfach mal um zu gucken, wie es denn hätte umgesetzt werden können für die drei oder die drei Fragezeichen. Wie gesagt, der Fall, den wir jetzt besprechen, war ja eigentlich auch mal ein angedachter der Fragezeichen-Fall. Was gefällt euch denn besser, der einarmige Bogenschütze oder der Jahrhundertstein? Bogenschütze. Ja, definitiv der Bogenschütze, weil der Jahrhundertstein ist so, ja, das ist so alles und nichtssagend irgendwie, ne? Also der einarmige Bogenschütze, das ist so, das passt irgendwie mehr zu den drei Fragezeichen, finde ich persönlich. Also Jahrhundertstein ist so, ich finde, Jahrhundertstein hätte dann eher so ein Titel, so eine Shadow Combs-Folge sein können. Ja. Also Shadow Combs und der Jahrhundertstein oder so, oder einfach nur Shadow Combs-Folge 50 heißt dann einfach nur der Jahrhundertstein oder so. Ja gut, ich will jetzt nicht zu weit da reingehen, weil wir haben ja gleich noch die Geschichte, was erwartest du nach Klappentext und Cover, weil der Jahrhundertstein als Titel gehört natürlich auch dazu, was man da so erwartet, denn wie du sagst, ist ja schon vielsagend, viel und nichtssagend, sag mal zu mir, hast du das ja gesagt. Ja, kommen wir zum Thema, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Folge denkst? Ich fange einfach mal an, obwohl Jonas ja eigentlich die ganze Geschichte reingeschmissen hat hier, mehr oder weniger als Kompromisslösung. Und wir werden heute feststellen, dass Kompromisse nicht immer gut sind. Ja, Jahrhundertstein muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine Folge, die ist bei den drei, fliegt die bei mir unterm Radar, genau wie Zug um Zug. Das sind so zwei Folgen, die habe ich so ein bisschen in Erinnerung, wie viel ein Taro kommt vor. Anfang war ganz okay und da habe ich mehr halt diesen Anfangsfall, diesen ersten Fall, sag ich mal, der in der Folge mehr im Kopf gehabt, als den eigentlichen Fall an sich. Von daher war es für mich so eine Folge, die unter dem Radar geflogen ist. Möchte keiner? Ja, dann fange ich an. Ich möchte der Nell manchmal gerne auch mal den Vortritt lassen, aber ich glaube, es ist immer so die Erwartung, fängt er jetzt an, fängt sie an, fängt er an, fängt sie an. Ja, da geht es mir tatsächlich genauso. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Jahrhundertstein halt einfach so reingeworfen und habe auch gar nicht damit gerechnet, dass er dann wirklich genommen wird. Endlich. Aber ich hatte die Story gar nicht mehr auf dem Schirm. Also wirklich noch nichtmals mehr, dass der Taro auftaucht, geschweige denn der einarmige Bogenschütze. Und war dann, nachdem ich sie gehört habe, habe ich mir dann auch gedacht, ja. Also, Haus der Tausend Rätsel wäre dadurch nicht besser. Also, das ist natürlich auch eine bessere Folge, gar keine Frage. Ist, ja, ich sage mal, was mir einfällt als erstes in den Sinn, ist natürlich klar, der Stein, um den es ja hauptsächlich geht. Das wird der Titel ja auch nicht so heißen. Aber ansonsten, wenn man es dann jetzt nochmal gehört hat, hat man die Story wieder so komplett drin. Weil irgendwie, finde ich, passiert auch gar nicht so viel. Also, habe ich so für mich das Gefühl, dass es eigentlich, wenn es losgeht, es mehr oder weniger auch schon fast vorbei ist, eigentlich in der ganzen Folge. Ja, das ist ein gutes Thema, das ist bei mir auch so. Also, du hast halt, der Anfang spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle, die erste halbe Stunde. Und dann geht es halt erst relativ spät los. Ne, kleine Gedanken, bei mir 100 Stein. Alles klar, weil wir sprechen die Folge. Jetzt auch nicht, warum ich höre die Regie? Ne, der Witz an der Sache ist, dass ich nur den Namen der Folge kannte. Ich kannte die Folge gar nicht, weil ich bin nun mal ja etwas jünger als ihr, deswegen die ganze, die drei Sache ist ja jetzt schon eh ein paar Jährchen vorbei und die Folgen kriegst du jetzt auch nicht mehr quasi auf Spotify oder so zu hören. Deswegen, als ich die gehört habe, war, wie gesagt, immer auf YouTube und da gibt es diese Folge gar nicht. Also, das heißt, ich habe die vor diesem Mal noch nie gehört gehabt. Ich wusste, dass es diese Folge gibt, aber ich habe sie, wie gesagt, noch nie gehört gehabt. Krass. Und das Ding ist, als ich dann auf YouTube eben, ich glaube, vorletzte Besprechung oder so, habe ich das nebenbei so rausgesucht, weil mir klar war, ja, Jahrhundertschein musst du dann anhören, guckst mal wieder auf YouTube, da wo eben auch die anderen Fälle sind. Dann habe ich das eingegeben, habe gar nicht richtig so auf den Titel geachtet, also was da stand, sondern nur aufs Cover. Und ich hatte irgendwie in Erinnerung, ja, auf dem Cover ist da nicht irgendwie so ein Mann drauf oder so. Habe draufgeklickt, habe das für später abgespeichert und ich war jetzt diese Woche krank zu Hause und habe dann auf Thomas Nachfrage dann eben angefangen zu hören, habe das aus den gespeicherten Sachen rausgeholt, habe einfach angemacht, ohne auf den Titel zu gucken. Das war ja dann auch der Grund, wieso ich dann jetzt aus der Rätsel gehört habe. Habe ich die Folge einfach mir rausgesucht und dann eben gehört und sagen wir mal so, ich fand eigentlich, dass relativ viel in der Folge passiert, also nicht irgendwie zu wenig, mir kam die auch irgendwie irre lang vor, ich weiß nicht wieso. Ja, es passiert viel, aber nicht viel, was den eigentlichen Fall betrifft. Ja, das nicht, aber mir kommt es halt ewig lang vor, also ich fange an zu hören, also habe sie jetzt das zweite Mal gehört und war so, ach nee, eigentlich habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock drauf, die zieht sich so zähl wie Kaugummi in die Länge. Ja, ich glaube nicht daran, dass sie zwei Fälle haben im Endeffekt, die gelöst werden in der ganzen Folge. Aber kommen wir gleich zu. Ja, dann Jonas, starten wir kurz zusammen, was für die Interessen, würde ich sagen. Ja. Nach einem Disco-Besuch fällt den drei Detektiven ein merkwürdiges Kästchen, in dem sich ein Stein befindet, in die Hände. Bevor sie jedoch große Ermittlungen aufnehmen können, wird ihnen der Stein gestohlen. Über Umwege nehmen Jupiter, Peter und Bob die Ermittlungen wieder auf und sehen sich einem einarmigen Bogenschützen gegenüber, der die sogenannten Jahrhundertsteine stiehlt. Als dann auch noch ihr alter Weggefährte Taro Togati auftaucht und ihnen die Zusammenhänge erklärt, sind die drei komplett in ihrem Element. Am Ende können sie mithilfe von Taro, Inspektor Milton und Officer Sturbridge die Drahtzieher Arthur und seine Tochter Melissa Heserli überführen und das Geheimnis um die Steine lüften. Ja. Aber das ist auch was. Melissa Starr ist ehrlich mit seinen Klappentext, ne? Ja, das ist, das kann ich ja jetzt, hat das den Thomas vorhin schon gesagt. Ich habe die Zusammenfassung geschrieben und habe danach erstmal den Klappentext gelesen und dann ist mir aufgefallen, dass sich total viel überschneidet eigentlich und habe mir gedacht, boah, ne, jetzt änderst du das aber nicht nochmal ab, ähm, ja. Ich bin gleich mal gespannt, wenn wir den Klappentext einspielen. Dann kommen wir jetzt zu etwas anderen Zusammenfassungen. Ich muss sagen, ich habe mich echt mega schwer getan, weil, ähm, ja, vieles passiert, was ja überhaupt keine Rolle spielt. Der Steinesammler Arthur Heserli ist auf eine archäologische Situation gestoßen, denn er hat einen Teil der Steintafel des Nostradamus gefunden. Da ihm jetzt nur noch wenige Fragmente fehlen, die auf der Welt verteilt sind, macht er sich auf, diese in seinen Besitz zu bringen. Da er jedoch schon alt und rund ist, hilft ihm seine sportbegeisterte Tochter, aber die sind unterfangen. In einer geschichtsrechtlichen Verkleidung als einheimige Bogenschützin schießt sie zwar an manchen Stellen über ihr Ziel hinaus, doch was tut man nicht alles, um das Ende der Welt vorhersehen zu können. Ja. Ja, komm mal gut. Ja, ich, zum Ende bin ich zufrieden, aber, äh, ich, ich finde halt dieser Arthur Heserli, der gibt halt so wenig her, weil er ja auch sehr spät erst auftaucht in der Folge, ne, der ist halt wirklich plötzlich, ist er da, so, puf, ne, Taro sagt dann, hier, guten Tag, das ist der Bösewicht, den müssen wir jetzt überführen. Dann kommen wir jetzt also zum Klappentext, den unsere liebe Nett im Poppisch schon eingesprochen hat, hören wir einfach mal rein. Durch Zufall gelangen die drei Juniordetektive aus Rocky Beach in den Besitz eines Fragmentes des sogenannten Jahrhundertsteins, einer spätmittelalterlichen Steintafel. Noch bevor sie weiterführende Ermittlungen anstellen können, wird der Stein gestohlen. Für Jupiter, Pete und Bob ist das aber noch lange kein Grund aufzugeben. Doch sie sind nicht die einzigen, die hinter ihm her sind. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte, der im Hintergrund die Fäden zieht und die drei wie Schachfiguren dahin schiebt, wo sie am meisten nützen? Wer steckt hinter der Maske des einarmigen Bogenschützen, der ihnen stets einen Schritt voraus ist? Urplötzlich spitzt sich die Situation zu und sie befinden sich in Lebensgefahr. Da habe ich immer das Gefühl, wenn du das so vorliest, ich muss irgendwas kaufen. Als würdest du mir irgendwas andrehen wollen. Also richtig spannungsgeladen und kaufen sie jetzt diese wunderbare Kaffeemaschine. Dazu bekommen sie diesen Goldbarren. Also ich habe immer das Gefühl, ich möchte mir irgendwas andrehen. Ja, dann kommen wir zur Geschichte, was habt ihr nach Cover und Klappentext erwartet? Ich erzähle mal kurz ein bisschen was zum Cover, was die Hörer jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Es ist ein Bild aus der Zentrale, der Schreibtisch. Wir sehen ein Stück Erdbeerkuchen. Die Tante Matilda macht ja Erdbeerkuchen bei die drei. Wir sehen dieses Kästchen mit wahrscheinlich einer asiatischen Figur von da drauf, vermute ich mal. Ein aufgabtes Handy. Und vor allem sehen wir diese rot-weiße Tasse mit Big Boss drauf. Wo ich mir denke, boah, muss das sein. Aber ich muss sagen, diese Big Boss-Tasse, die spiegelt Jupiter in diesem Fall so gnadenlos wieder. Also kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber das Cover finde ich so, ja, weiß ich nicht. Also haut mich jetzt nicht um. Ich finde es auch ziemlich lahm. Also, weil man, ich sage mal, wenn man jetzt den Vergleich zieht und die singende Schlange. Bei der singende Schlange, ja, du hast nur die Schlange drauf, aber die Schlange hat eine Kombination oder eine Verbindung mit dem Titel. Also, du kannst das. Und jetzt hast du den Jahrhundertstein. Und du siehst halt einfach ein Bild aus der Zentrale. Und du denkst dir, ja, und? Wo ist der Stein? Ich meine, in diesem Kästchen sieht man so einen blauen Schimmer oder so im Hintergrund. Aber trotzdem, ich finde dieses Cover irgendwie, ich meine, wir hatten es ja schon mal gehabt, dass wir sagen, dass die drei Cover, es sind ja anders gezeichnet, aber gar nicht so geil. Also, ich finde das Cover irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es absolut nicht toll. Und auch mit dem Klappentext, der verspricht in mancherlei Hinsicht auch mehr, als die Folge hergibt. Also, zum Beispiel, der geheimnisvolle Unbekannte, der im Hintergrund die Fäden zieht. Also, ich habe jetzt in der ganzen Folge nicht irgendwie das Gefühl, dass die irgendwie wie Schachfiguren verschoben werden, sondern sie ermitteln alles selber. Es ist nicht, dass die von Taro, als der wohl der geheimnisvolle Unbekannte im Hintergrund, mehr oder weniger damit gemeint ist, irgendwie hin und her geschoben werden, wie Schachfiguren. Nee, er spielt ihnen zwar Hinweise zu, so die ersten, aber dann war es auch. Hinterher löst er quasi die Fall einfach auf. Ja, genau, ne, das ist, ähm, also man erwartet viel, wenn man den Klappentext nur liest. In Verbindung mit dem Cover denke ich mir, okay, Cover ist, ja. Also, Klappentext hat Erwartungen schon geweckt bei mir, ähm, ob sie dann erfüllt werden, da will ich jetzt noch nicht so direkt drauf eingehen. Ähm, also den Klappentext finde ich besser als das Cover. Nell, du als, äh, Klappentext-Voice-Actor. Ja. Was hast du jetzt zum Klappentext zum Cover? Also, Cover vorne an, ähm, es ist mir zu schlicht und eintönig einfach. Es ist, es ist einfach langweilig, finde ich, wie schon Jonas meinte. Und dieser kleine blaue Schimmer, den siehst du auch wirklich nur, wenn du wirklich exakt drauf guckst. Also, ich hätte mir die Folge nicht gekauft, hätte ich das Cover gesehen. Der Klappentext wiederum, ja, der klingt wesentlich spannender, aber ich sehe es halt wirklich ähnlich wie Jonas. Äh, er verspricht viel, zu viel quasi, weil am Ende ist ja eigentlich nur heiße Luft. Meine andere Frage, haben wir die Zentrale schon mal vorher gesehen als Bild irgendwo? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also, ich glaube so in dem, wie sie so dargestellt wird, äh, nicht. Habt ihr euch die denn so vorgestellt, wie auf dem Cover? Nein. Nee. Also, es sieht so, so holzhüttenmäßig aus, weil alles im Hintergrund so braun ist. Und, also, ich stelle mir schon so vor, dass da halt Regale sind, ein Tisch, äh, mit einem Computer, den man sieht, und, oder, und Laptop, das ist ja noch im Hintergrund, eine Lampe. Also, aber es sieht so aus, als ob man so an so einer kanadischen Blockhütte irgendwie, irgendwie sitzt. Also, ich stelle mir so, wie so ein Wohn, ist ja ein Camping-Anhänger. Ja, genau. Und Camping-Anhänger sind für mich halt immer weiß von außen und von innen. Also, zumindest, oder so ein beige, so ein beiger Ton irgendwie. Und vor allem eng. Ja, ich finde das hier nicht eng. Hier ist es eher so weitläufig, sag ich mal. Finde ich zumindest. Nö, ich finde, achso. Ich finde auch, das Cover ist auch irgendwie in einem Ton gehalten irgendwie. Alles so, in der Hälfte sagt ihr, irgendwie alles eine Farbe im Endeffekt, ne? Ein Farbton, gefühlt. Ja, aber ich, ich habe, für meine Zeit gerade eine ganz klare Vorstellung. Du kommst quasi rein, dann hast du rechts rum, hast du dann an der Wand, hast du den Schreibtisch stehen, mit dem Computer, mit dem Sessel hier nach vorne, wo Justus immer schön drinnen sitzt, so ein Stuhl. Dann hast du eine Couch, quasi im Rücken von Justus eine Couch stehen, ein paar Regale für Bobs Archiv und, ähm, das Fotolabor ist für mich, wenn er reinkommt, auf der linken Seite, wo sie gerne entwickelt. Ich weiß nicht, wo euch ist. Doch, recht ähnlich. Also, ich habe das so im Kopf aus, so wie du, ne? Du kommst halt rein, durch die Tür, direkt rechts ist Computer. Und alles, wie gesagt, ist, dann, ähm, bitte? Das Fenster wäre schlecht. Du kommst rein durch die Tür. Oder durch Tunnel 2. Ja, ähm, und irgendwie das Fotolabor ist für mich so ein zusätzlicher Raum, weil meistens ist da so ein Schlafraum ganz hinten in so einem Wohnwagen. Und dass da quasi mehr oder weniger die Schlafsachen komplett so raus sind, dann ist so eine Trennwand davor gemacht, mit so einer Tür selber eingebaut und da ist halt so das Fotolabor dann so drin. Vor allem, wenn ich ans Fotolabor denke, ne? Da habe ich immer einen Satz im Ohr von Bob. Peter, du Vollidiot! Dann ist es für mich immer sofort im Kopf. Fotolabor, Peter kommt rein. Was für welche Folge da war? Da hat er doch sein Portemonnaie gesucht. Ach hier, mit dem, mit der, die UFO-Geschichte. Wo die nochmal hoch mussten zu Dings, ne? Zur, ähm... Heimakte UFO? Ja, ja, wo die nochmal hoch mussten zu den Bauern da. Wo es just damit ist. Die Folge mag ich auch. Nell mag ich? Hat gesagt, die magst du diese UFO-Folgen nicht. Wir hatten mal letztes Mal so ein Gespräch über Folgen, die man mag und ist auch relativ schnell einzuordnen. Nell ist eher so, ja, so eine Mischung aus Trash und Rätsel, sag ich mal, ne? Hat man, glaube ich. Jonas ist generell trashig und ich mag die guten Folgen. Ja, wieso? Aber Heimakte UFO finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also UFOs sind für mich jetzt auch, gehen auch schon ein bisschen Trash. Ja, ist auch schon ein bisschen die Richtung. Nell ist sowas wie der höllische Werwolf zum Beispiel. Nell. Der ist okay, aber den finde ich jetzt nicht so super. Ja, aber für Jonas ist es auf jeden Fall was, der höllische Werwolf, weil er halt so trashig ist, wie typische, aber ich gehe nach Hollywood und mache Karriere. Nell, diese typischen 16, 17-jährigen Mädels, die meinen, die sind zu meinem Kopf irgendetwas. Ja gut, du bist eher hier, äh, Karten ist böse und sowas. Ist eher sowas für dich. Ich bin tot und Chaos und Zerstörung. Ja, Brot. Stimmt doch. Gut, tot haben wir nicht so neulich viel, mit der Fragezeichen, dann bist du halt eher Karten, äh, was hast du gesagt? Chaos und Zerstörung. Zerstörung haben wir auch nicht so neulich viel. Vielleicht müsst ihr doch Punky machen, da hast du sehr viel Chaos und Zerstörung. Übrigens, äh, von wegen Zentrale jetzt nochmal, ich hab gerade, äh, kurz nachgeguckt und, ähm, in den amerikanischen Büchern würde sie oftmals tatsächlich gezeichnet, ich hab hier jetzt auch so ein Bild und, äh, das, äh, Labor, das ist wirklich so klein wie ne Telefonzelle in dem Bild, gerade deswegen, äh, kritisch. Das ist ja Klo. Ja, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich die Toilette dann umfunktioniert, die Toilettenräume. Ja, und, äh, das andere, die wurde auch in den, äh, Videospielen, in den Videospielen, die oft das gezeichnet. Aber ansonsten gab's nicht. Ja, ich hab auf jeden Fall, meine Vorstellung ist die auf jeden Fall sehr eindeutig, muss ich sagen. Ich glaube, der Schrottplatz ist für mich auch sehr eindeutig. Also von daher, wobei ich ja sagen muss, ich hab ja lange Zeit, ähm, da nicht so gehabt, dass, ähm, Wohnwagen, Zentrale und Haus so, ähm, die liegen bei mir direkt gegenüber. Super, ich meine, Haus, wenn ich eine richtige Erinnerung hab, liegt ja wohl außer vom Schrottplatz, kann das sein, war das so? Irgendwo wurde mal gewählt, glaube ich. Vielleicht vertu mich jetzt. Lass mal einfach. Das, für mich liegt's auf dem Schrottplatz. Ja, alles auf dem Schrottplatz, ne? Ich meine, für mich auch. Ich meine, ich hab mal irgendwo gelesen, dass das, das, das Haus, äh, oder die Wohnt, ja, wo die Wohnt wohnen, wäre außer vom Gelände. Vielleicht vertu mich da jetzt auch. Ja, wenn du bei mir auf dem Schrottplatz fährst, hast du quasi, äh, hinten links ist so, äh, äh, der Wohnwagen, von, 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 die, also die Zentrale, der Wohnwagen von der Zentrale, wollte ich sagen, die Zentrale ist dann, äh, hinten links irgendwo in der Ecke, wo der ganze, ganze Schrottberg da ist und direkt auf der rechten Seite ist quasi, die, die Wohnräume der Familie Jonas und dann, und dahinter hast du quasi die, die Freiluftwerkstatt, sag ich mal, so für mich so aufgebaut. Ja, die Freiluftwerkstatt ist für mich neben den, also, neben dem Wohnwagen. Ja, ist, das ist natürlich auch cleverer, weil die ja von da aus auch in den Wohnwagen kommt, mein Geheimgang. Mhm. Aber in meiner jugendlichen, äh, Faszination war die Freiluftwerkstatt halt noch, äh, auf der gegenüberliegenden Seite. Aber ich find's aber schön, weißt du, wenn du, wenn du über sowas sprichst und du hast einfach ganz verschiedene Vorstellungen aufgrund, jeder hat so dieselben Voraussetzungen, du hörst dieselben Hörspiele, du hast vielleicht auch dieselben Bücher gelesen oder auch nicht, aber du hast dieselben Voraussetzungen und jeder baut sich seine, die Ortschaft so anders auf, ne. Finde ich, bin ich immer richtig faszinierend, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir mal zur Folge selbst. Der Beginn der Folge. Ist ja so, dass ja unser lieber Bob den armen Peter, äh, mit in einen Club geschliffen hat, wo er halt die Band Medieval spielt und alles so mittelalterlich gehalten, ne. Du hast da Ritterrüstung stehen, die Bediensteten haben so allnatürliche Gewänder, an, man hört ja auch den Song, übrigens, der Song, hab ich rausgefunden, der am Anfang gespielt wird, direkt nach dem Intro, ist von der Band, ähm, Herzton und heißt Schattengänger und, äh, der Autor der Folge ist ja Markus Winter, wenn ich in der Folge lesen hatte, und der ist Mitglied in dieser Band. Das ist ja witzig. Aber wie heißt das jetzt nochmal? Ich fand den Song nämlich wirklich gut. Schattengänger. Von Herzton, mit, äh, Herz mit TZ. Hm. Meine ich, wenn ich richtig in den Augen hab. Kann da erstmal ihre Liste hinzufügen jetzt. Hab ich auf YouTube gefunden, aber das passt auch. Ja, Spotify scheint es nicht zu haben. Ich fand den. Egal. Ich fand den Song auch gut, ich fand den, weiß ich nicht. Das war halt so. War halt da, ne. Ja. Ich fand, es passt halt in die drei Universen von Sound her. Ist ja auch hier beim kopflosen DJ da, da haben wir ja auch diese, auch so komische Musik mit, die von der, äh, Carrera. Ne, die hat ja auch diese ganz komischen, ist auch eine ganz komische Musikstil. Ich weiß gar nicht, wie man beschimpft. Das Genre, was da abgespielt wird an Musik, äh, es passt halt einfach. Ne, jetzt, jetzt, ich sag mal vor, der, 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 der arme Bob stirbt, schläft die Bieter damit und geht damit, der zum Witness Mears oder so. Ja, natürlich nicht so, weiß ich nicht. Sehr merkwürdig. Hit me, baby, one more time. Könnte aber auch zu Bob passen. Ne, aber es ist halt so, von der Musik her so typisch drei Fragezeichen, finde ich. Ja. Das ist doch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Was ist die Musik? Ja. Typisch drei Fragezeichen, keine Ahnung. Also, ich nehm die Musik halt einfach so, so mit, ne. Also, die gehört halt dazu. Ich war halt da. Ja. Ja, der gute alte Piet hat ja dann, äh, ziemlich schnell die Schauze vor und geht vor die Tür. Und hat ja dann diese komische, komische Türsteher. Jonas, ich stehe jetzt schon die Hand fortgesicht. Äh, ging mir genauso, ne. Es war halt, es passte halt nur dieser Türsteher. Der ist halt so richtig, ich sag mal, damals so K&A war 2001, da hab ich nochmal nachgeguckt. Dieser, äh, du kommst hier nicht rein, ne. Ich sag mir, Alter, wo kommt jetzt dieser komische K&A-Türsteher her in Rocky Beach? Das war ja, vor allem, das ist ja eine Geschichte, ne, du kennst sie ja wahrscheinlich nicht. Damals haben wir an viele so gesprochen, dann auch im Schulhof und so, ne. Äh, Postoff oder Schläger oder was, ne. Also, das war dann wirklich diese Erker- und Stefan-Bewegung, keine Ahnung, wie man das denn benennen möchte. Die dann, äh, es passt hier halt einfach null. Es ist so, ich weiß nicht, es wird auf so klischeehafte Art und Weise da ein Türsteher dargestellt, ne. Weil, ja, also es wird so dargestellt, als ob alle Türsteher, ähm, quasi, ähm, Migrationshintergrund haben, sich nicht richtig artikulieren können und, äh, und mehr oder weniger wird der so richtig dämlich auch, auch dargestellt, ne. Äh, willst du gleich wieder rein oder was? Äh, brauchst du Stempel. Wo ich mir so denke, wenn ich jetzt zu dem Zeitraum, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wo ich 18, 19 war, wenn du in der Disco gegangen bist, da hat kein Türsteher mit dir so gesprochen. Die haben ganz normal gesprochen. Die meisten haben Migrationshintergrund und sprechen halt akzentfrei Deutsch. Also, das ist so, so billig klischeehaft, wo ich mir in dem Moment einfach gedacht habe, boah, Leute, ey, das habt ihr doch gar nicht nötig. Das macht die Szene auch nicht unbedingt besser oder witziger oder so. Ja, vor allem, das war so, 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 so reingepresst und das passt gar nicht in meinen Rocky Beach. Ne, absolut gar nicht. Da war so dein Gedanke gewesen, als du den gehört hast. Ich meine, du kennst ja diese ganze Geschichte nicht. Das war ja, wie gesagt, Anfang 2000er, die ganze, die ganze, ganze Geschichte. Was hast du denn da gedacht? Äh, um ehrlich zu sein. Nein, nichts. Also, ähm, ich hab's einfach hingenommen. Fandst du das gut? Fandst du das schlecht? Also, gut jetzt nicht wirklich, aber war, war jetzt einfach so. Hat ja nicht gestört. Kannst ja nichts dran ändern. Ja, es war, es war für mich so gefühlt so, wir bauen so eine deutsche, äh, in Deutschland, äh, gängige Bewegung, Jugendsprache, wie auch immer nennen möchte, bauen wir jetzt mal eben mal, äh, da ein, um cool zu wirken. Weiß ich nicht. Ich meine, ich geh jetzt auch nicht hin und baue da so ein Haus, Meister Krause ein, ne? Der dann plötzlich dann sagt, Herr Jonas, ich hab dir ne Fall, die dreckige Drogen, die Skinny Norris, die Mariuna, weißt du? Das ist so, das passt so gar nicht, ne? Das wär auch so, ey. Ne, guck da ganz komisch, ich geh, glaub ich, Hausmeister Krause auch nicht, ne? Ja, das ist, das ist weit vor der, also, da waren wir, glaub ich, also, zumindest ich so, so 15, 16, da war halt, äh, Tom Gerhardt mit Hausmeister Krause und mit voll normal und Kaya Jana, ja. ist halt so die, die damalige Comedy-Zeit gewesen und es war halt wirklich so, es wirkte richtig reingepresst in diese Folge. Ey, Bob, ey, guck mal da, ey, voll die geile Alte, ey. Babo, babos, babos. Aber da muss ich mir so vorstellen, wie Peter und Bob jetzt gerade da so hintereinander stehen und dann, ey, ich se Tiger, ey, ich se Leopard. Aber wenn wir jetzt dein Gesicht sehen könnten, also, das ist wirklich halt so Ende 90er, einfach 2000er war halt so Tom Gerhardt ganz groß und der hat halt auch, ähm, diesen Tommy gespielt, diesen verblödeten, äh, Ballermann, ey, saufen, ey, super, ey, einmal saufen, endlich normale Leute, ne? Ja, ne, du musst ja nachholen. So wie Sandra? Wer ist denn Sandra? Ja, das kennt ihr dann wahrscheinlich nicht. Egal. Hat die nicht, äh, Magdalena gesungen, Sandra? Hieß die Sängerin nicht so? Wahrscheinlich schon. Nee, also, äh, das ist auch so ein Comedian, der hat auch so einen Charakter gemacht, der heißt halt Sandra und die ist halt auch komplett verblödet und, äh, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ey, vorteuer das Freibier hier, ey. Ja, du bist ein Tom Gerhardt-Podcast, ey. Nell, da hast du Nachholbedarf. Ich glaub, den Film gibt's sogar auf Netflix, glaub ich, ey. Also, nach der Aufnahme mit Nell nachher machst du Ballermann 6 an mit Tom Gerhardt und Himmelslöser. Oder, oder, und voll normal. Mal gucken. Ich find, mega lustig. Kämpfe mich, Jana F. Voll, mega lustig. Also, ich, ich kenn heute sehr gut drüber lachen. Ja. Wie alles für den Dackel, ey. Alles für den Club, unser Leben für den Hund. Hu, Hu, Hund. Da, K-K-K-Karmen. Naja. Na, wir schweifen zu sehr ab, ne? Naja, krieg ich gar nichts mit dem Lachen und ziehe kaputt. So, wir waren, ja, wir waren bei diesem komischen, angehauchten Türsteher da, der ja Peter den Stempel verpasst. Und Peter wird dann draußen angerempelt, ne? Er meint dann hinterher, ein asiatischer Junge mit mittelalterlichem Gewand hat ihn angerempelt. Und da er ja auch die, ähm, Angestellten am mittelalterlichen Gewände hatte, meint ja Peter, äh, der würde da arbeiten. Ja, und der Junge lässt halt ein Kästchen fallen. Peter möchte, ist ihm quasi noch zurückgegeben, er hat was verloren, aber der Ulige verzieht sich. Und Peter möchte dann das Kästchen am Türsteher abgeben. Und dann kommt er hier, er steht hier, weiß ich nicht, was sagt er, er steht hier irgendwo, äh, Fundbüro. Oder, und Auskunft findet er ja auch noch. Boah, alter Schwede, ey. Und er bekommt halt nur die Aus... Du hast gesagt, eine Frage. Ja, ja, das ist halt so, ach, nee, ey. Nee, also, er bekommt halt nur mit, dass der Junge halt nicht da arbeitet, ne? Und, ja, das war halt eigentlich, in Fiedlung kommt er bei der ganzen Geschichte erstmal nicht. Er kriegt halt ein Kästchen und dann verabschieden sich halt hinterher, Bob möchte noch das eine Lied zu Ende hören. Und dann war es das. Also, die, weiß ich, diese Anfangsszene fand ich wirklich schlimm. Also, es liegt aber echt wahrscheinlich anscheinend Generationenprobleme, weil Nell sagt ja so, ja, war halt da, ist okay. Und wir sagen so, ein bisschen Fremdschimpotenzial, sag ich mal. Ist allerdings wahrscheinlich dann auch ein Problem des Hörspielskripts, weil ich glaube nicht, dass in dem Manuskript selber drinne stand, dann von wegen, dass da einer ist mit, äh, 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 kommst du nicht hier rein? Weiß ich nicht. Den glaube ich nicht drinne. Diesem Akzent. Vermute ich mal. Finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, aber auch, jetzt kommen wir in die Zentrale. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, ne? Peter ist ja dann so drauf, er drängt sich hier, wir haben einen neuen Fall, ne? Und muss aber erst Justus, äh, Jupiter, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht Justus sage, sondern Jupiter, muss aber erst Jupiter und Bob schon ein bisschen überzeugen, ne? Und sagt er erstmal, man nimmt ja so ein Kästchen nicht mit zu einem Konzert, warum hat er ja die selbe Kleidung an gehabt wie die Clubmitarbeiter, obwohl er gar nicht da arbeitet? Und warum hat er an der Kapuze so rumgeturft, damit ich ihn nicht erkenne? Und Justus ist ja erstmal so, ach ja, ist für mich kein Fall. Jupiter ist, sagt er, ist für mich kein Fall. Eigentlich ist Nell, die immer Justus sagt, ne? Also bei der letzten Aufnahme hat Nell sehr auf Justus gesagt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, und Jupiter muss halt echt überredet werden, ne? Dann wirklich mal an die Sache ranzugehen, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Ist dir aufgefallen oder sagt dir, nö, also alles wie immer? Also ich, mir ist das schon aufgefallen, aber ich hätte dir das einfach so abgetan, als dass, äh, Jupiter ist ja generell auch nicht so der Typ so von wegen, der jetzt verloren gegangene Katzen oder so sucht. Also, dass da jemand jetzt was verloren hat, ist halb für ihn jetzt, würde ich mal sagen, kein richtig großer Fall, zumindest aus seiner Sicht jetzt. Also andersrum, wenn wir ins D-Dre-Fahrzeichen-Universum gehen, haben wir doch die, das Kästchen vom Dalai Lama, was Justus dann auch unbedingt öffnen möchte, ne? Wo er dann hinterher auch die, die Gefahr eingeht, dass das Kästchen hochgeht, ne? Die muss ja diese drei, ich glaube, Symbole eintickern. Ja. Ne? Und, äh, da ist er aber direkt Feuer und Flamme für. Und hier sagt er sich so, oh ja, also ich stelle die immer gleich, muss man ja zusagen für die Hörer, ich stelle halt Jupiter und Justus halt immer gleich. Also für mich ist halt einfach ein und dieselbe Reihe, äh, selben Personenzüge. Einziger Unterschied ist, äh, es gibt Kirschkuchen, Erdbeerkuchen von Tanta Matilda und, äh, die Klienten wollen keine Karte annehmen. Der Rest ist für mich eigentlich ziemlich identisch, muss ich sagen. Auch Milton ist für mich hinterher Kotter. Ja, also von daher. Ja, dann ist er Peter so drauf und dran und öffnet halt mit dem Dietrich-Set, äh, das Kästchen und sie finden halt diesen Stein mit dieser französischen Innschrift. Und da merkst du zum ersten Mal so ein bisschen, dass Jupiter und Bob so ein bisschen Feuer auf Flamme sind und Bob sagt ja auch, boah, kannst du ja vorbeibringen, wie du mit den Dietrich-Sets, äh, umgehst und sagt Peter, nö. Ich brauche auch meine Datansberechtigung, ich mache das alleine. Fand ich auch ein bisschen, äh, fand ich aber ganz nett, muss ich gewesen, einfach in der Szene selbst, ne, so ein bisschen dieses Zusammenspiel, ne, dass Bob dann so ein bisschen sagt, würde ich auch gern können. Und er stellt auch so ein bisschen, bisschen höher, sage ich mal, ne, von der, von der Fingerfertigkeit her, sage ich mal, ne, und dass er auch den Fall so vorantreiben möchte, dass er, er ist mal Feuer und Flamme. Normalerweise ist der Jupe immer der Erste, der sagt, pass mal auf, wir haben hier einen Fall und dann sage ich immer, ich sehe ja keinen Fall. Sonst, sonst meinerweise immer so. Und dann setzt Musik ein und die Musik, die hatte ich sofort im Ohr, hab mal recherchiert und ich war eigentlich ziemlich sicher, das ist Musik, die kommt auch in der Geisterbucht vor uns, genau so ist das. Also da haben wir dann auch hinterher, äh, etwas, was dann in der Freizeichen wieder auftaucht. Wie fand ihr denn so die erste Szene in der Zentrale? Ja, ich fand's auch merkwürdig, dass, äh, Jupiter da nicht so hinterher ist von Anfang an, weil, ja, man kennt ihn ja so gar nicht, ne, also ich sag mal, ähm, ich meine, es war ja auch bei, mit dem, mit dem Geisterreiter da, äh, wo dann klar war, dass es so eine Promoaktion ist oder so, selbst da ist er ja, glaube ich, noch dran geblieben, ne, und ihm war ja klar, also da hätte er, ich sag mal, wenn man das jetzt mit dem Kästchen, mit der Kästchen-Szene jetzt vergleicht, hätte er auch sagen können, okay, alles klar, Fall gelöst, Promoaktion, steckt nix hinter. Ähm, und er, ja, er wirkt so desinteressiert auch da dran, ne, also, als, als ob, ja, man hat so das Gefühl, es interessiert ihn überhaupt gar nicht, weil es nicht actionhaft ist oder er sieht da keinen, also, es ist nicht rätselhaft genug, weiß nicht, ist ganz komisch irgendwie, eine ganz komische Szene. Aber das mit, mit Bob ist halt auch mega witzig, also, das wollte ich ja deswegen, ich hatte vorhin, wollte ich, genau bevor du das gesagt hast, wollte ich diese Anmerkung machen, ich wollte dich nur nicht in deinem Redefluss unterbrechen, weil er sagt ja auch noch so, boah, ganz toll machst du das. Kannst du mir das mal beibringen? Wer weiß, was, wo Bob da mit hin möchte, also. Naja, das ist eine, es ist, ich finde, es ist eine komische, eine komische Szene irgendwie. Naja, das ist mir schon die Finger gerieben, von wegen, ach, Peter, wie wir positiv erwähnt, merke ich mir, als haue ich den beiden um die Ohren. Nein, eigentlich nicht, ich habe ja schon vorhin gesagt, ähm, Jupiter kam mir da wirklich nicht, also ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ich meine, für ihn ist das vielleicht einfach kein richtiger Fall gewesen am Anfang, weil, wenn das jetzt tatsächlich, jetzt nehmen wir einfach mal an, nur so, gewesen wäre ja von wegen, ja, wir müssen jetzt herausfinden, wem das gehört, dann geben wir es ihm wieder und das war's dann, äh, ja. Ja, sag mal, ist ja auch, ähm, dann im Endeffekt der Grund, warum das gestohlen worden ist, weil Jupiter sagt ja, er hat den Fall nicht ernst genug genommen und dann haben wir ja am nächsten Morgen die Situation, in der Zeile wurde eingebrochen, das Kästchen mit dem Stein wurde gestohlen und der Jeep ist kurioserweise nicht nur über den, über den Geheimgang, äh, in die Zentrale, sondern auch die Kameras, äh, ausgemacht und die Aufnahmen, die vorher gemacht worden sind, hat er alle gelöscht, heißt, er kennt sich auch in der Zentrale aus, so, was natürlich im ersten Moment für mich auch sehr suspekt war, muss ich sagen, ne, also, erst mal, wie kann einer einfach die, die Aufnahmen löschen, das heißt, der muss doch irgendwie wahrscheinlich an den, an den Rechner gehen, wo die gespeichert sind, deswegen, liebe Leute, schützt eure Rechner mit Passwörtern, damit da keiner, äh, die Aufnahmen löschen kann, also, fand ich, also, seltsame war halt gewesen, da kommt eine Zentrale über den Geheimgang, klaut den Stein, heißt, er muss genau gewusst haben, dass der Stein da ist und er, dass er die Aufnahmen gelöscht hat, fand ich halt, ja, ich war überlegen, wer könnte das, wer könnte denn sowas machen, da muss ja irgendeiner sein, der eigentlich gut mit den dreien ist, weil, woher wüsst ihr denn sonst wissen, äh, wo die, 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 die da Kameras sind, die Aufnahmen gespeichert werden, ich meine, wie, wie viele Leute sind schon da eingebrochen, ohne irgendwie was, äh, gelöscht zu haben, sonst irgendwas, einzige, die mal eingebrochen sind, war halt Kotter beim Nacht der Tiger, ne, der, was positiv ist, sind das Morten, war glaube ich auch mal, Morten war schon drin gewesen, genau, ja, Morten auch, und jetzt Taro, ich war mir eigentlich früh sicher, dass irgendeiner ist, der das eher gut mit den, mit den dreien meint, was ich auch für euch gewesen bin. Ja, ich finde es halt, ähm, was ich an dieser Szene so, so schade finde, ist, dass diesem ganzen Einbruch kurz danach gar nicht mehr so viel Bedeutung geschenkt wird. Also der ist ja dann, also Jupiter erwähnt ihn ja, sagt, er ist eingebrochen worden und regt sich ja tierisch auf und sagt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir die Zentrale noch besser schützen können, ähm, und, ja, Stein ist weg und dann ist das Thema für die ja erstmal erledigt, ne, dann passiert ja auch eine Woche lang nichts, ich sag mal, und, ähm, ja, man macht sich natürlich Gedanken, wer war jetzt in der Zentrale, ne, also die haben sich ja auch gerätselt und sagt, das muss ja jemand vielleicht gefolgt sein, ne, der, Peter hat ja glaube ich auch diesen Asiaten direkt in Verdacht, mehr oder weniger, ähm, aber, ja, ich glaube, das endet ja auch damit, dass Jupiter dann sagt, äh, ja, okay, der Stein ist weg, wir haben ja jetzt keinen Fall oder so und dann ist ja erstmal die Szene vorbei. Ja, das ist halt irgendwie sehr schade, finde ich, weil sie ja, wie wir hinterher wissen, doch eine ganz große Bedeutung ja hat, ne, weil Taro ja extra da eingebrochen ist, um den Stein zu stehlen, damit die drei dranbleiben, ne, damit die sich mehr Gedanken machen, aber irgendwie wird's dann jetzt total schnell beiseite geschoben, ach, schade, ja, kein Stein mehr da, kein Fall, pff, essen wir lieber ein bisschen Erdbeerkuchen und, äh, kicken hinterher, äh, kicken ja dann Bob und Peter dann eine Woche später ein bisschen auf dem Schrottplatz und Joop sitzt da einfach nur rum und, äh, ja. Ne, für dich die Szene? Ähm, also, um ganz ehrlich zu sein, äh, mit dem Hintergrundwissen, also, beziehungsweise der Erklärung von wegen, dass Taro ja die Zentrale aus dem früheren Fall kannte und welche Rolle die ja damals im Fall gespielt hat, mal ganz davon abgesehen, das mit den Überwachungskameras, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, also, erstens, weil, äh, das ja vorher nie wirklich erwähnt worden ist und zweitens, in dem Fall damals war ja auch kein Computer, ich meine, klar, das könnte jetzt auch einfach so ein Fehler im Kanon sein oder einfach nicht erwähnt worden sein. Was? Du futterst. Ja, und? Hab ich doch. Ich muss sagen, ich bin ja sehr enttäuscht gewesen, ich war ja einkaufen gewesen, dass mir auch heute schön was Süßes zu futtert für heute für die Aufnahme und die hatten keine Schokobungs. Das hab ich hier so von einer, äh, guten Schokoladenfirma, äh, Sweet Salty Nuts Schokolade, mal gucken, wie die schmeckt. Zum ersten Mal. Eww. Egal, also, das hat mich erstmal komplett aus der Bahn geworfen und ich bin aber auch wirklich der Meinung, mal abgesehen davon, dass, ähm, der Eingrecher jetzt durch den Geheimgang gekommen ist, in die Zentrale wird ja eigentlich relativ oft eingebrochen. Ja. Dauerhaft. Ja, deswegen, ähm, war für mich jetzt nichts richtig Ungewöhnliches und ja, Steinern weg, aber ich meine, dass die jetzt da nicht weiter ermitteln, was hätten sie denn machen sollen. Ja, totaler Spuren, ich meine, du musst ja irgendwas, wir werden die ja schon finden, oder? Aber du hast ja das Gefühl, die geben dann quasi auf. Ja, und das ist so schade in der Szene. Das find ich halt so schade. Also ich sag mal, ähm, ist jetzt vielleicht ein anderer Zusammenhang und passt jetzt vielleicht auch nicht, aber wenn man mal an tödliche Spur denkt, ne, wird in die Zentrale eingebrochen, hab ich auch diesen Satz vor Augen, was liegt denn da auf dem Boden? Ähm, das ist ja unser Vorhergeschloss, das ist ja aufgeknackt! Und, ähm, klar, das ist natürlich emotional der Fall ganz anders, aber bis jetzt immer, egal in welchem Fall, denn die Zentrale wurde eingebrochen und die geben nicht auf. Also die sehen das als Zusammenhang zu dem Fall, an dem sie gerade dran sind und versuchen herauszufinden, warum ist da eingebrochen worden. Und jetzt hab ich wirklich das Gefühl, sie geben halt einfach auf, es kommt der Cut, dann beginnt ein neuer Fall, der natürlich im Zusammenhang steht mit dem Fall, der später kommt oder so, aber sie geben halt die Suche nach dem Stein, ist halt einfach irgendwie erstmal Geschichte. Ja, wobei man sagen muss, hätten jetzt bei Nacht der Tiger, wo Cotta ja eingebrochen hat, hätte Cotta ihnen da nicht dieses ominöse Rätsel geschickt, wären sie ja auch nicht weitergekommen. Sie haben zwar Untersuchung angestellt, schon, aber sie wären ja auch in der Sackgasse gewesen. Und jetzt haben wir das Problem, sie kommen nicht weiter, weil wir ja später wissen, wurde ja Taro, ähm, von der Bogenschützentante, ähm, festgehalten und deswegen kamen ja erstmal keine weiteren Hinweise. Ja. Deswegen, ja, ist schon nachvollziehbar. Es hat mich aber auch ein bisschen gewundert, dass er nicht einfach mehr angestellt worden ist, um dahinter zu kommen, wer eingebrochen ist. Einfach so nach dem Motto, oh ja, wir haben keine Aufnahme, wir haben keinen Stein, Pech gehabt, schade. Ja, Jonas, da kommen wir noch zu deiner Lieblingsszene. Relativ früh schon. Ja, und zwar ist es ja dann so, dass eine Woche später, ähm, Barbara Fox auf dem Schrottplatz auftaucht und sie sich als eine Sachbearbeiterin bei einer Versicherungsgesellschaft in Los Angeles, äh, zu erkennen gibt und die drei damit beauftragt, den, ähm, Einbruch eines ihrer, bei eines ihrer Klienten, ähm, quasi zu untersuchen, weil sie sich sicher ist, dass da etwas faul ist, aber sowohl die eigenen Versicherungsdetektive und die Polizei hat der Aussage der Versicherungssumme schon zugestimmt und die fragen ja dann auch nach, wie sie denn auf sie aufmerksam geworden ist und sie sagt ja dann durch den Branchen, Branchen, durch den Branchen-Eintrag auf der Rocky Beach Homepage, ähm, was die drei ja dann auch erstmal so hinnehmen, was sich ja hinterher erst herausstellt, äh, dass es ja dementsprechend gar nicht so ist. Und warum ich die Szene eigentlich nur ausgewählt habe, ist, Peter und Bob benehmen sich in dieser Szene wie zwei 15-Jährige, die gerade, keine Ahnung, ihr, keine, äh, ich sag jetzt mal, Sexsymbol ihrer Jugend vor sich sehen, das mit ihnen spricht. Erfolge dein Alter! Ja, genau, genau so, also das ist ja so, Peter findet sich ja dann total witzig, wenn sie sagt, mit dir redet ja von der, äh, seid ihr das Detektivbüro, die drei und, äh, Peter dann sagt, nein, wir sind die drei, das Büro sehen sie dort hinten in einem alten Shop, wo ich mir denke, Alter, das ist eigentlich, auch wenn es ums Autofahren hinterher geht. Ja. Die, Peter sagt, naja, in dem, also wenn sie sagt, in dem kleinen Wagen ist nicht genug Platz, ah, ist überhaupt gar kein Problem und so, und, äh, Bob dann irgendwie weiß gar nicht mehr genau, was er sagt oder so, ja, Peter kann damit fahren, ich fahr dann bei ihnen mit, ey, da denk ich mir, ey, Leute, ey, weiß ich nicht, diese Szene macht, also, das ist witzig, ne, es ist halt richtig witzig und du merkst aber auch, Jupiter versucht halt irgendwie noch professionell zu wirken in der Szene und die beiden, wie verliebte Teenager. Ich hab jetzt gerade ein Bild im Kopf wie Bob mit dieser Tom-Gerhard-Strickmütze da vorne, der steht und so eine alte zerrissene Jeansjacke. Ey, ich vermute, ey. Ach, Katastrophe, wir müssen ja nicht, ob ich demnächst mal aufhören will, Tom-Gerhard wirklich ist, ey. Jetzt, jetzt hab ich so die Szene, die, äh, Szene im Kopf am Ende auf der Bühne, wenn Jana S, wenn die, wenn Jana S einbricht in den Boden. Aber, komm mal kurz zu Barbara Fox, ne, die ist ja gesprochen von, äh, Nana Spier und die spricht ja auch in den Hörbüchern von den drei Fragezeichen, das Intro und Outro. Wenn man mal reinhört, ne, Hörspiel gesprochen von dem und dem, die erzählt quasi am Anfang, die Stimme kenn ich irgendwoher und ich kann man nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie spricht auch im Monster 1989, die Niki Hai, die Radiomoderatorin. Total geil. Und was ich auch noch aufgeschrieben hab hier, die, äh, Barbara, äh, Fox, die sagt ja, die ist, äh, im Bereich Schadensregulierung und die muss ja dann A bis N machen, denn, äh, wie wir wissen, M bis Z ist ja Strombergsgebiet, ne, von daher. Ja, macht sie sehr wahrscheinlich A bis N. Auch Stromberg hätten ja wahrscheinlich nichts. Ja, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall, ähm, ich find die Szene halt unheimlich witzig. Ich find einfach, also, Peter und Bob sind da wirklich, äh. Ja, auch wie am Rumbolzen sind am Anfang, ne. Sie kicken einen Football durch die Gegend, da frag ich mich erst mal, wie dieser Punkt wieder funktionieren soll, das ist die andere Geschichte. Ja, das kommt auch noch dazu. Ne, aber, ähm, ähm, sie sind auch von den ganzen Sounds her, von dem, und hier und schießt und hier, schießt hier und dahin und bei Jupiter sitzt er wahrscheinlich da, isst du ein Stück Kuchen oder was und dann kommt jeder auf den Schrottplatz gelatscht und, äh, ja, guten Tag und, äh, äh, dann ist erst mal Bob und Peter erst mal wieder hier, ne, alles Blut aus dem Kopf, raus und ab die Post. Das ist ein paar Regionen tiefer gewandert, das ganze Blut, äh. Na, wie fandst du denn die Szene an sich? Äh, ähnlich wie Jonas, also, eigentlich hast du schon alles Mögliche dazu gesagt, aber es ist halt wirklich einfach selten dämlich in dem Fall. Witzig, aber schon trotzdem irgendwie dämlich. Ich muss übrigens sagen, die Soglade ist ganz gut. Kann ich empfehlen. Nice to sweet you, sweet salty nuts. War doch im Angebot, ein, hier, von, äh, einer renommierten Schokoladenfirma, ich möchte euch den Namen nicht nennen. Hahaha. Sweet salty nuts, drei salzige Nüsse. Probierpreis 21% rabattiert. Lecker. Klebt auch sehr gut an den Zähnen. Jetzt muss ich weitererzählen. Dann kommen wir jetzt quasi zu diesem ersten Fall. Die drei treffen er dann mit Barbara Fox auf diesen Mr. Denton. Und, ähm, ihm wurden Liebhaberschlücke geklaut. Im Wert von 75.000 Dollar. Allerdings wird sich dafür gar kein Käufer finden lassen. Was ja schon sehr verdächtig ist. Und Denton erzählt da vom Tathergang, den ich allerdings sehr spannend finde, muss ich sagen. Wie er so erzählt, ne? Er saß, von meiner Vorstellung her, er saß da in seinem Sessel, hat Fernsehen geguckt, hinter ihm kehrte er es plötzlich. Und dann stand da halt dieser Bogenschütze da, ein, ein einheimiger Bogenschütze. Ähm, roter Nebel stieg auf. Und er hat halt einen Fall mit Betäubungsmitteln ins Bein geschossen bekommen. Fand ich an sich, von der Tat her gang, fand ich echt spannend, muss ich sagen. Da hab ich echt, hab ich echt abgeholt. Ja, auf jeden Fall. In der Polizeibericht kam der Täter über die Grundstücksmauer, ist durch die Terrassentür eingebrochen und ist auch über die Mauer wieder zurück. Soweit alles gut. Ja, also hab ich mich erstmal, Nelde schüttelt den Kopf, warum? Nein, allein schon dadurch, dass der als einarmiger Bogenschütze beschrieben worden ist und dass er diese ganzen Wertgegenstände, da war mir schon so von wegen, als dann so kam, ja, über die Mauer und wieder Mauer zurück, da war ich schon so, äh, wie das denn, bitteschön? Ist euch das nicht irgendwie suspektvoll gekommen? Gibt ja auch Leitern und so. Ja, komm, trotzdem. Ne, ist mir gar nicht so aufgestoßen, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Jonas, dir? Ne, weil, ähm, ist ja schon, ich sag mal, einarmiger Bogenschütze so in dem Sinne und ja, ich denke mir auch, er ist ja betäubt worden, ne, also, eine Alarmanlage scheint ja auch nicht losgegangen zu sein oder scheint er nicht zu haben oder was weiß ich und dann hat er es ja auch nicht eilig unbedingt, der Bogenschütze, ne. Also, ich glaube, er hat ja auch schon gedacht, okay, ja, kann schon durchaus sein, dass er das alles in Ruhe darüber, äh, transportieren kann. Aber, aber, da hat er, äh, ohne unsere, ohne unsere Nelle, ja, die haben sie ja im Trichter gemacht. Ja, das auch. Ja, Jupiter ist ja, sagt dann, der Hild Gipschall ist quasi unmöglich gewesen, so wie er geschildert wird, denn diese ganzen Gemälde, Waffen und ganze Rüstzeug über die Mauer abzutransportieren, besonders wenn er nur einen Arm hat, wäre quasi, äh, unmöglich. Und das sagt er auch ein bisschen, ja, auch so und der gibt dann halt zu, pass mal auf, jo, hast recht, äh, ich hab keine Kohle, ne, war mal halt ein ehemaliger Hollywood-Regisseur, meine ich und, ja, bisschen Geld nöten. Und Nusser sagt er auch ganz klar, es wurde was gestohlen, allerdings irgendwas Kleines und Wertloses, weil der muss sich halt mitsteppen können, der Bogenschütze und mal eben so über die Mauer gehüpft können. Ja, und, ähm, die eigentliche Sammlung befindet sich halt in der Garage, die alarmgesichert ist. Weil mich ein bisschen gewundert hat, weil wenn ich doch dann da einen großen Diebstahl melde, die Polizei rückt an, und dann sehe ich da eine Garage, die diebstahlgeschützt ist, warum gucke ich nicht mal eben kurz da rein, als Polizist? Also, da muss ich tatsächlich sagen, das hat mich auch sehr, sehr stutzig gemacht. Zumal die, äh, Barbara Fox ja auch dann am Anfang ja noch gesagt hat, die versicherungseigenen Detektive haben schon ermittelt. Und da hab ich mir gedacht, Alter, was habt ihr denn da für Flachpfeifen eingestellt? Also, es, gerade sowas ist doch, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich mein, man kann's jetzt vielleicht nicht vergleichen mit auf RTL Versicherungsdiebe, dem Betrügern auf der Spur oder so, aber es muss doch in so einem Fall, es geht halt nun mal um eine Menge Geld. Es muss doch jeder Aspekt in Betracht gezogen werden und nicht einfach so, oh, die Sachen sind nicht mehr da, okay, es wurde vermutlich eingebrochen. Naja, also, weiß ich nicht. Ich glaub, das war ein ganz guter Detektiv, ähm, der namens Dick Perry, der da mal geguckt hat. Ich wollte's gerade sagen, also, das ist möglich. Er sagt dann selbst, wir machen halbe, halbe und wurde alles geklaut. Wird ja sein können. Arnel, du warst da sehr früh auf der richtigen Spur. Hm. Überraschenderweise. Was soll das denn heißen? Nix. Kannst du das nicht, wie du möchtest. Ja, dann ganz kurz diese Jahrhundertsteingeschichte, die ja dann wirklich dann, äh, ohne Ende ausgeschmückt wird. Mr. Denton erzählt ja dann wirklich dann einen halben Roman, ohne den, äh, wo man echt problematisch hat, den hinterher zu folgen. Mit den ganzen Namen, äh, tauschen und so weiter. Ich fass mal ganz kurz zusammen. Er zeichnet ja halt dieses Foto mit diesem gestohlenen Gegenstand drauf. Ein Stein, der sehr ähnlich ist zu dem Stein, der den drei eingestohlen worden ist. Mr. Denton erzählt ihnen dann, was sich dem Stein auf sich hat. Und zwar ein Bewunderer, oder Schüler des Wahrsagers Nostradamus, Namens, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube, Gilde Chalois, heißt der, meine ich. Ich wollte eigentlich nochmal kurz reinführen, wie der ausgesprochen wird, aber ich meine, der heißt so. Der muss das aus Frankreich ziehen und Zug halt in die englische Grafschaft kennt. Hat dann neuen Namen angenommen, der wird jetzt nicht aufgeschrieben, um das nicht zu, noch zu, äh, hier zu, äh, kompliziert zu machen, als es eh schon ist. Und zwar ist es so, dass dieser, äh, Gilde Chalois, dass Nostradamus ihm sein Geheimnis anvertraut hat und er hat es auf einer Steintafel verewigt. Die Tafel bekam den Namen der Jahrhundertstein und dann haben wir ja diese ganz große Dramaturgie, dass eben halt bei diesem Gilde Chalois ein totes Bauermädchen gefunden worden ist und, äh, er wurde des Mordes verdächtigt. Er konnte, man konnte ihm die Tatsache nie nachweisen, allerdings reichte den Menschen damals die Tatsache, dass das Mädchen mit einem Pfeil in der Brust aufgefunden worden ist und, äh, Gilde ein hervorragender Bogenschütze war. Ja, so einfach geht das, zumindest in der damaligen Zeit. Die Menschen zerstörten daraufhin Gilds komplettes Inventar, stachen ihm die Augen aus, hackten den linken Arm ab und setzten ihn fern von Kent aus. So, und dann Jahre später kam es dann dazu, dass eben halt die Peiniger von ihm durch Pfeil und Bogen umkamen und man erzählte sich, der eine armige Bogenschütze sei zurückgekehrt, um Rache zu nehmen. Was ich ja erstmal ziemlich geil finde an sich. Nur diese ganze Nostradamus-Geschichte, die war so, weiß ich nicht, kennst du das Nostradamus? Also, der Name sagt mir etwas. Ich glaube, ich habe, wir haben mal in Latein über den geredet, aber so genaues wusste ich jetzt auch nicht. Du warst bei dir? Ja, ich glaube, wir sind eher so ein bisschen in Berührung gekommen. Ja, ich wusste so, also wer Nostradamus, also ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, aber ich wusste schon, wer Nostradamus war. Ja, ich glaube, damals durch diese World Trade Center-Geschichte, da kam er dann mal richtig hoch, da wurden ja irgendwelche Klamotten zitiert von ihm, er hat es vorhergesagt und dann als das World Trade Center zusammenstürzt. Der hat halt, ich habe mal nachgelesen, viele Vierzeiler geschrieben, die auch sehr merkwürdig geschrieben sind, möglich weitläufig, man kann da ganz viel reininterpretieren. Ein Vierzeiler wurde halt so interpretiert, dass eben halt auch dieses World Trade Center-Unglück betreffend beziehen würde. Allerdings war es überhaupt auch Fake gewesen. Manchmal hat sich das natürlich auch rausgestellt, dieser Vierzeil, der durch das Netz gewandert ist. Ja, und er ging da darum, dass irgendwie zwei Brüder im Chaos da irgendwie zusammenbrechen, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Ganz, ganz komische Geschichte. Also, war uns damals auch, ich glaube auch die, bei der Sonnenfinsternis, glaube ich, damals, in den Ende der 90er war, glaube ich, auch irgendwas gewesen, meine ich. Das kann sein. Also, er war öfter mal Thema gewesen zu der Zeit. Gut, halte ich auch nicht viel vor, muss ich sagen, der ganze, ganze, glaube ich, aber auch Thema Maya, Ende der Welt-Vorhersage. Ich sitze heute noch hier, was auf das Ende der Welt. Haben die Maya mehr Verspätung als die Deutsche Bahn? Ja. Ja, aber diese Bogenschützen-Geschichte war auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Also, das dachte ich mir auch, boah, da kann man sich drauf aufbauen, da kann man jetzt eine schöne Geschichte draus stecken. Ja, ich fand den, also die Geschichte mit den Bogenschützen, fand ich auch ganz cool, weil es so typisch drei Fragezeichen-mäßig dann auch wieder geworden wäre. ne, also wenn er, wie er schon durch Snell's neutsche Nebenfakten, glaube ich, aufgeklärt worden ist oder wir vorhin am Anfang auch schon besprochen haben, es sollte ja eigentlich eine Drei-Frage-Zeichen-Geschichte werden. Und dann wäre es halt auch wieder, hätte es wieder so richtig schön, schön reingepasst, ne, ins Drei-Frage-Zeichen-Universum oder jetzt dann auch ins Die-Drei-Universum. Habe ich mir persönlich auch dann noch mehr von erwartet, aber ich finde, es flachte ab da dann auch schon ziemlich schnell eigentlich ab, die Geschichte. Also der Fokus wurde ja dann auch sehr auf die Steine gelegt, aber auch irgendwie, ja, ich fand es irgendwie so ziemlich, ziemlich mau. Also es hatte nochmal so ein Hoch, kommen wir gleich nochmal zu, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, war es, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass er diese komplette Geschichte so erzählt hat, um dem Ganzen so ein bisschen Hintergrund zu verleihen, um, ja, vielleicht, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass es erzählt worden ist, weil viele vielleicht auch mit Nostradamus so gar nichts hätten anfangen können, dass es halt halt gut ist nochmal zu erklären, wer war Nostradamus eigentlich, wie ist diese Geschichte entstanden, aber dann der Bogenschütze war halt cool und die Steine sind dann halt in Forderung, Vordergrund gerückt und, ja, aber es war mir dann doch irgendwie, es war dann zu, zu flach. ja, wo er sich Steine ansprichst, da haben wir dann die Geschichte, dass eben halt im Jahr 1929 in der Nähe von Kent sieben Buchstücke auf einer, sieben Buchstücke der Tafel aufgetaucht sind, da der Name als Schallohar deutlich zu lesen war, geht man davon aus, dass es sich um Fragmente des Jahrhundertsteins handelt und ein Großtafel, äh, ein Großteil der Tafel fehlt allerdings weiterhin, von daher konnte man die Inschriften nie entschlüsseln und dann erzählt er ihnen halt noch, Mr. Denton, wo denn aktuell die restlichen Buchstücke zu finden sind. So, und habt ihr von dieser ganzen Steingeschichte, habt ihr euch irgendwas erwartet, ich meine, war klar, der möchte die sieben Stücke haben, wieso, weshalb, warum, war mir eigentlich auch relativ egal, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich wusste nicht, wo die ganze Geschichte hinführen soll. Ja, das war auch so ein bisschen, sag ich so, was ich ja vorhin schon so versucht habe anzusprechen oder versucht habe zu verdeutlichen, ist, du hast auf der einen Seite die Story um den Bogenschützen, du hast die Story um die Steine und ja, es ist ja dann wohl klar, dass der Bogenschütze die Steine stehlen will, aber es fehlt irgendwie so diese Zusammenführung des Ganzen, es wird ja natürlich am Ende aufgelöst, aber es ist so, es war so plump irgendwie, also es weiß ich nicht. Ja, das richtige Motiv fehlt halt irgendwo, der hat sieben, also ich kam nicht auf die Idee, dass schon der Rest auch gefunden worden ist, kam ich nicht drauf, auf den Richter. Ne, wahrscheinlich schon. Bisschen, also ich meine, es war doch schon irgendwie offensichtlich, Merkst du nicht was, wie wir die Doofen heute sind hier? Ja, also ich sag mal, ähm, wie sag ich jetzt am besten? Guten Tag, wir sind die Doofen. Und wir präsentieren Ihnen Lieder, die die Welt nicht braucht. Hätten halt auch nicht. Wir machen richtig 90er-Rewunner. Nämlich, jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich, winke, winke und goodbye. Wir bringen dir richtig tolle Sachen bei. Ja, also, natürlich war klar, dass es, ähm, irgendwie, Steine gibt, weil, warum soll er nur einen Stein stehlen? Also das war schon klar, dass die restlichen Steine schon irgendwie auftauchen, dass die jetzt noch nicht geklaut waren. Ähm, ja, hätte man sich eigentlich denken können, um daraus so diesen Fall weiter zu spinnen, dass zufällig ein Stein dann auch ganz in der Nähe noch von Rocky Beach ist. Mann, das wäre ja gar keiner draufgekommen. Aber diese Zusammenführung, ähm, zwischen Bogenschütze und Steine, ähm, Bogenschütze wird erwähnt, Steine wird erwähnt, jo, alles klar, wir haben den Handlungsstrang, die drei ziehen los und, äh, kümmern sich um den Rest irgendwie. Wahrscheinlich wollte der Bogenschütze auf die 1. Mai-Demonstration gehen, auch bei Steine. Ja, das kann natürlich auch sein. Oder er wollte vielleicht auch, äh, guck mal, der Bogenschütze war ja sogar Melissa Heserli. Ja. Das heißt, sie hat sich ja als männlicher Bogenschütze verkleidet, sie wollte also zu einer Steinigung gehen, aber Frauen sind ja nicht zugelassen bei Steinigung. Vielleicht hat sie sich vorher noch einen Bart gekauft. Sie war's, sie war's, er war's, er war's, er war's, er war's. Ne, wie gesagt, Flos, du kennst auch nicht leben, kennst du nicht leben, das Brian? Also, namentlich, ja, aber den film will meine Mom erst noch später mit mir gucken. What the fuck? Überragender Film. Ja, nur ein Kreuz. Ja. Ungeheuerlich, du lernst auch richtig was für dein Leben, Madame. Ja. Also, Leben des Brian ist halt so die Jesus-Geschichte allerdings auf sehr von Monty Python. Parodierte Art und Weise von Monty Python. Ah, okay. Überragend. Jehova, Jehova. Ach, toll. Wir hätten die vorher das Video aufnehmen müssen, ne, das Gesicht ist momentan unbezahlbar. Die sind fast fassungslos, dann erzählen die alten Leute hier. Ne, also. Was ist so komisch an dem Namen? Schwandschufe, irgendwo. Der kleine Kermit sagt, wieder Post. Wie bitte? Ein wieder Post. Ja, Boston hat er, glaube ich, auch. Ach, ne. Ja, ne. Always look on the bright side of life. Also. Gehen wir weiter im Text. Ja, diese ganze Geschichte, die Jonas schon gerade ein bisschen angerissen hat, dass die Steine schon alle geklaut worden sind, bis auf einer. Dem Dieb geht es ja anscheinend darum, dass er nur die Inschriften braucht, denn im japanischen Museum waren nur zwei Originale ausgestellt und eine Replik des dritten Fragments. Das dritte war nämlich gerade zur Restaurationsarbeiten. Der Stein im Willowatchers Park, ganz in der Nähe zufälligerweise, wie man es gerade schon sagte, wurde allerdings noch nicht gestohlen und ist entweder das nächste Ziel oder wie Peter ja dann sagt, oder der Besitzer des letzten Steins, der nicht gestohlen worden ist, ist der Dieb der anderen Steine, um seine Sammlung zu vervollständigen. Fand ich ganz gut von Peter, muss ich sagen. Also endlich mal hat der Junge auch mal einen hellen Gedanken. Nell. Peter ist ja hervorragend. Ja, sie fahren also zu diesem komischen Museum und not angekommen rennt Jupiter fast ein rothaariges Mädchen in den Haufen. Diesmal kein Pferd, sondern ein rothaariges Mädchen, was ja auch ziemlich auch sehr forsch ist, muss man ja sagen. Ist ja auch ein bisschen bissig, ne? Im Museum selbst erfahren sie dann von einem Mitarbeiter, dass ich bereits ein Asiate, man wird hellhörig, und dieses rothaarige Mädchen über den Stein informiert haben. Das rothaarige Mädchen hat dem Museumsmitarbeiter auch erzählt, dass es um eine Schnitzeljagd geht. Er hat dann wirklich ganz viele Infos rausgequetscht, von wegen Alarmanlage, wo man sofort denken müssen, warum will die über die Alarmanlage wissen zum Beispiel. Ja. Kurioserweise ist auch das rothaarige Mädchen, Melissa Heatherly, gesprochen von Stefanie Kirchberger, die in der Höhle des Grauens Corona spricht, und im Fluch des Piraten Athena. Da musste ich erstmal gucken, ist das wirklich so? Spricht die wirklich dann im Endeffekt beide von Cali D. Und dem ist es wirklich so. Also ich war sehr verwundert gewesen. Heißt Cali D. ist hier auf Abwägen und möchte die Steine kaufen. Wahrscheinlich lief das Direktivbüro San Francisco nicht so gut und deswegen ist sie jetzt unterwegs und möchte ein paar Leute mit dem Bogen abschießen. Warum auch nicht? Komische Hobbys gibt es. Ja, was war denn so euer Gedanke, als dieses rothaarige Mädchen, diese Asiate ins Spiel kam, die die Steine haben wollte, sich ja erkundigt haben? Ja, es war ja schon klar, dass die in irgendeiner Art und Weise jetzt da drin hängen. Also ich meine, offensichtlicher geht es ja eigentlich gar nicht. Man wusste jetzt natürlich nur nicht, gehören die jetzt, also wie die da reingehören in die ganze Geschichte. Ich meine, der Asiate war dann für mich schon klar, okay, der hat denen ja den Stein zugespielt, warum erkundigt der sich jetzt nach den anderen Steinen? Bei dem rothaarigen Mädchen war es natürlich schon etwas offensichtlicher auf eine Art und Weise, weil warum fragt man nach Alarmanlagen und wie alles gesichert ist und so, wenn man nur für eine Schnitzeljagd etwas fragt. Also, ja, ist auch wahrscheinlich nicht die hellste Kerze auch für Torte, der Wächter, der da sitzt. Das war schon auch wieder so richtig plump, dass klar war, okay, Einbruch im Museum wird in irgendeiner Art und Weise natürlich kommen. Ne? Ja, im Endeffekt schon, aber ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht. Also typisch ist irgendwie, ne? Ist so typisch das Fragezeichen, die erkundigen sich, sind verdächtig und da muss das irgendwann passieren, damit ich als Hörer auch weiß, ja, pass auf, das sind auf jeden Fall welche, die gehören zu dem Fall. Ja. Dachten sich natürlich auch unsere drei, Peter muss natürlich mal wieder, war mit seinem Vater, für den Film erledigen und deswegen sind halt Jupiter und Bob dabei, sich auf die Lauer zu legen. lustigerweise, wie es halt so häufig so ist, steigen sie durchs Toilettenfenster ein, Jupiter ja vorher offen gelassen hat und lauern dann den Bogenschützen im Museum auf. Ob ich das meine Lieblingsszene ist? Ne, hab ich das nicht erwähnt. Ist übrigens meine Lieblingsszene. Und zwar ist es eigentlich jetzt aus dem Grund, der jetzt kommt, sie verschanzen sich ja hinter einem Holztisch und man hört was zerspringen und springen dann raus, ja, wir haben dich, den Bogenschütze und genau den Gedanken hatte ich aber auch. Es zerspringt was, ich denke, jetzt fangen wir den oder er kann halt fliehen und sonst irgendwie was. Aber dann diese Idee dahinter, dass der Bogenschütze in der Nachbar oder eine andere Vitrine zerstört hat, um die beide aus dem Versteck zu locken, fand ich ziemlich geil. Hätte mich auch gekriegt, muss ich sagen. Ne, dann steigt halt dieser Nebel auf, die werden betäubt und, ja, der Bogenschütze ist noch so dreist und ruft erst schon die Bullen und nimmt dann schön halt Jupiter und Bob fest. Und ich finde das wirklich so gut, weil so vorhersehbar halt war, dass Rotarge-Mädchen und der Asiater da irgendwie verstrickt sind, so unvorhersehbar fand ich die Geschichte, dass die beiden jetzt da irgendwie betäubt werden und der Bogenschütze halt nicht gerade in die Falle läuft, sondern selbst in die Falle stellt. Ruhe hat für euch. Ja, mich hätte man damit auch tatsächlich bekommen, weil man rechnet wirklich damit, es ist dann so drei Fragezeichen typisch oder jetzt in dem Fall die drei typisch. Du hörst, irgendwo wird eingebrochen, es zerspringt was, sie springen hervor, dann der Bogenschütze, dann fehlt tatsächlich nur noch Peter mit seinem, den schnappe ich mir und der Bogenschütze entkommt, dass dann irgendwie vielleicht Polizei oder sonst was kommt, die sie erklären müssen, gehört ja auch irgendwie dazu, wenn sie irgendwo einbrechen und jemanden überraschen wollen, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Also es ist ja auch wirklich so gut, dieses Mr. Bogenschütze, das Spiel ist aus oder so, das ist halt so richtig so typisch einfach und dann wirst du tatsächlich überrascht. Ja. Der liegt wieder fleißig. Der Picknicker, erzähl dir, was ging bei dir im Kopf vor, als die Szene kam? Wärst du auch reingefallen oder wärst du nicht reingefallen? Also, doch, ich wäre wahrscheinlich reingefallen, aber man denkt das halt jetzt auch nicht wirklich, also in dem Sinn muss ich ganz ehrlich sagen, einfach mal endlich ein Verbrecher, der schlauer ist in dem Fall als die drei. Zumindest jetzt noch. Ja, weinlich doch, jetzt noch. Aber das macht's ja, das macht die Szene ja so gut. Ja, richtig. finde ich, also dieses, wie du schon sagst, der ist schlauer als die drei. Also da ist jemand, der nicht so dieses plumpe Einbrecher-Mäß, ja, ich geh da hin, schlag die Vitrine ein, oh, werd überrascht und entkommen dann, sondern der überlistet die halt einfach, weil er damit einfach komplett gerechnet hat. Oder die in dem Fall, ne, es ist ja die Tochter von dem Arthur Hazard, die damit komplett gerechnet worden ist, dass die beiden da auf sie lauern. Ja, dann kommen wir zur Nellübungszene. Nell. Jupp, also, es ist dann ja so, dass Bob und Jupiter, ich such's, in Jupiter von der Polizei gerade abgeführt werden, wobei man aber auch hört, dass Kommissar Milton oder Inspektor Milton Ja, Inspektor Milton. Okay, Inspektor Milton halb auch vor Ort ist und gerade, ich glaube, dem Museumsbesitzer versichert, dass er Inspektor Milton seine Hand für die drei ins Feuer legt und dass die sowas eigentlich nicht tun, wobei dann aber auch wieder der Museumsbesitzer sagt, ja, okay, aber die sind ja schon eingebrochen, weil wir haben ja Blut da gefunden und das gehört ja einem der Jungs und deswegen sieht das Ganze erstmal schlecht für die zwei in dem Fall aus, weil Peter sagt ja, ich hätte mir denken können, dass da jetzt irgendwas passiert. Er war aber nicht da, er hat halt nicht helfen können und dann taucht ja unser Japaner auf oder Asiate, so wie Peter das ja sagt und stellt sich dann ja heraus, das ist jemand, den man eigentlich kennt, wenn man die drei Fragezeichen hört, ich weiß jetzt nicht, also eigentlich müsste man den ja kennen. Habt ihr die Stimme erkannt? Ja, tatsächlich, also ganz am Anfang der Folge, als der, als, ja, jetzt kann ich es sagen, als Taro Peter begegnet ist, war ich so, wait a minute, die Stimme, die Stimme, die kenne ich irgendwo her und ab dem Moment war mir eigentlich klar, okay, wenn du die Stimme schon mal gehört hast, entweder Zufall, woran ich nicht glaube, oder da ist jemand jetzt quasi aus der Vergangenheit, aus dem alten Universum, der Hype jetzt wieder eine richtig wichtige Rolle in dem Fall Hype hat. Dass es jetzt Taro ist, darauf bin ich nicht gekommen, aber trotzdem. Die Stimme kenne ich, er ist doch Karl, das ist ein Superpapagei. Definitiv nicht. Doch, ist er, ist der Besprecher. Ja, ich weiß, aber. Oder Flapjack aus dem gestohlenen Preis. Wer war das nochmal, der mit den Ohren? Nein, Flapjack war doch der, der denen geholfen hat, meine ich, ne? Ja klar, der hat den Chauffeur. Aber das war doch der mit den Ohren. Nein, der Chauffeur, der sich rumgefahren hat, der doch hinterher sich rausschälte als Flapjack von, der nicht teilgenommen hat. Ach der! Der! Ah ja, ja doch, okay, stimmt. Zwar übrigens, nicht der Museumslechter dabei stand, sondern Officer Hunter. Officer Hunter? Officer Hunter, genau, und der ist nämlich, Jonas, den müsstest du eigentlich kennen, den Spruch von Jürgen Kluckert, der Sheriff Sam Lennox von Vidan. Du hörst doch, wie Danach geht. ich muss tatsächlich sagen, dass mir diese Stimmkombination nicht aufgefallen ist. Übrigens ist ja aber auch die Stimme von Morgan Freeman, Chuck Norris, Benjamin Blümchen und Urs Hinclair. Was? Jetzt weiß ich, Chuck Norris und Benjamin Blümchen haben die selbe Sekundstimme. Ja, das ist mir relativ wurscht. Was war das letzte? Habe ich mich da gehört? Urs Hinclair, ist der aus den Dinos, der mit Hallo, der Schwiegersohn von Edel Phillips. Eine einzige Folge mal ohne das Zeug. Eine einzige Folge. Du hast gefragt gerade, ich hätte es gar nicht erwähnt. Du hast nachgefragt. Ja, ich habe mich verhört, ich dachte was anderes, aber das ist nicht John Sinclair. Ja, das habe ich aber gehört. Deswegen war ich schon so, was? Nein, nein. Möchtest du weiter erzählen? Ich habe hier gerade Jahre unterbrochen in deinem Redefluss als Taro. Ja. Übrigens, hätte ja Peter die beiden auch verhaften lassen, können einfach das Direktivbüro der eine aufmachen können. Das wäre aber ziemlich schlecht gelaufen. Der hätte keinen Gefangenen, wäre überall eingebrochen. Der hätte auch die Seiten gewechselt. Die dunkle Seite der macht. Schön, Peter der Einbrecher mit Victor Eugenie zusammen vielleicht. Für Victor. Skinny. Meinst du Peter und Skinny? Ich glaube nicht. Das ist eher Bobs Kaliber. Ja, stimmt. Also, Peter und Victor, das kann ich mir schon gut vorstellen. Peter der Meister, der Meistereinbrecher. Ja, warum denn nicht? Auch mal ein Spin-Off. Stimmt sogar. Huh. Das habe ich nicht unterbrochen. Ja, also Taro erzählt dann jedenfalls, dass er ist da, weil nämlich dieses Museum in Japan, wo halb die anderen beiden Tafeln gestohlen worden sind, wie ist das eben Jupiter, das eben rausgefunden hat. Gehört natürlich, wie sollte es auch anders sein in seinem Vater und da ist in Japan sehr viel mit Ehre, also in Japan viel mit Ehre, da ist in Japan sehr viel um Ehre gehen. So, jetzt habe ich es. Hat der Vater natürlich wieder seinen Sohn, dieses Mal aber auch den Vettern beauftragt, eben diese Steine wiederzuholen. Denn, kurz bevor die Steine gestohlen worden sind, ist eben dieser, ich muss gerade den Namen, Arthur Heverley. Genau, Arthur Heverley aufgetaucht und der wollte eben alle sieben Steine kaufen und als er das Taros Vater jedenfalls dann angeboten hat, hat er natürlich Nein gesagt. Arthur Heverley ist dann sauer geworden, rausgestürmt und dann kurz danach ist eben eingebrochen worden, was eigentlich relativ dann offensichtlich ist, wäre es Heverley. Ja, richtig, war sehr offensichtlich, dass er es ist. Jetzt finde ich auch so schade, weil Taro ist ja jetzt derjenige, der den ganzen Fall quasi jetzt erzählt, worum es geht, wer der Bösewicht ist, der erzählt ja jetzt, und das ist für mich der Moment, wo der Fall einfach den Bach runter geht. Ja. Ja. Möchtest du auch weitererzählen? Oh, kann ich machen. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas von dir. Aber das ist für mich wirklich nur der Moment, wo ich mir denke, ja, wofür denn die ganze Geschichte, wenn du auch eh alles erzählt, warum ist er nicht derzeit in die Zentrale eingebrochen, Herr Taro, warum hat er nicht einfach seinen Brief hinterlassen, was der Sache ist und gut ist? Als Beispiel. Aber wie hättest du es denn, wie hättest du es denn jetzt anders haben wollen? Nein, aber warum als Taro, als Auftraggeber, als heimlicher Auftraggeber, die da ja nicht in Gefahr bringen möchte, weil ja der Arthur Hetherley weiß, dass er jemand für Spur ist und der Vetter, hätte ich doch hingehen können, wenn ich da in die Zentrale eh einbreche, dann kann ich doch da einen Zettel hinterlassen, was Sache ist. Als Beispiel. Hast du mir vorhin? Ja, okay, stimmt. Ja, so gesehen hast du da recht. Das werde ich mir auch auf meinen Button klären hier. Oh, nein, 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 nein. Wehe. Du darfst weitermachen. Okay, also wie du gerade eben dann ja schon meintest, Taro löst dann auf, er war dann derjenige, der Peter beim Club eben angerempelt hat und extra eben dann die Schatulle fallen gelassen hat, damit die drei Fragezeichen auf den Fall aufmerksam werden und war dann auch, wie gesagt, derjenige, der dann eben in die Zentrale eingebrochen ist und den Stein wieder zurückgeklaut hat, weil er sich dann dachte, okay, dadurch werden die meine drei Jungs definitiv drauf aufmerksam. das Einzige, was dann eben nicht in seinen Plan gepasst hat, ist, dass er eben dann vom Bogenschützen dann entführt worden ist. War doch so, ne? Ja, genau. Genau, und dann wurde er ja dann festgehalten und da ist ihm dann erst so richtig bewusst geworden, oh scheiße, sind doch sehr gefährlich. Für die drei ist dann auf jeden Fall auch klar, Arthur Hadley ist der Täter und Peter fragt dann ja aber auch, glaube ich, wieso können wir ihn denn jetzt nicht einfach festnehmen? Er ist doch wahrscheinlich der Bogenschütze. Taro stellt aber dann klar, Heavily ist definitiv nicht der Bogenschütze, denn er ist, glaube ich, über 50 und wiegt über 100 Kilogramm. Ja, ist ziemlich schwer. Ja, und unsportlich, deswegen kann er das nicht sein. Peter sagt dann aber auch wieder, ja okay, da hat halt jemand angeheuert. Das müssen sie aber erst nachweisen und dann sagt Justus, ja, da müssen wir aber nach England. Daraufhin er wieder Taro, aber wiederum, dass sein Vetter ihn informiert hat, dass Arthur Hadley jetzt nach Rocky Beach kommt, woraufhin Justus dann sagt, ja, dann warten wir doch am Flughafen auf ihn und dann Inspektor Milton, ja, gut, gut, Inspektor Milton sagt, ja, ja, aber nicht nur ihr wartet da auf ihn und ja, das ist die Szene, dann gehen sie zum Flughafen. Ja, da kommt ja Kalifornien und dann kommt ja dieses kuriose Ende, was ich ja wirklich brachial schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Idee ganz gut, aber ich finde Jupiters Rolle bei diesem Ende eine absolute Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die drei und Taro, Milton und Sturbridge beschalten ja her, seit ich bei seiner Ankunft am Flughafen und fahren dann zum Motel hinterher. Da ist ja nichts gegen ihn in der Hand haben, wird der Taro verkabelt, schön Mikrofon und Sender. Um ein Geständnis herauszubekommen. So, da ja Heatherly weiß, dass Taro immer für Spur ist, soll Taro ihnen halt einfach auf den Kopf zusagen, was mal auf, du hast die Steine geklaut. Die beobachten dann, wie Heatherly in einem Imbiss einen Anruf bekommt und dann anschließend ins gegenüberliegende Motel geht. So, als die Politisten in Opposition gehen, rennt Jupiter plötzlich weg und meint, er habe was Wichtiges zu erledigen. Wo ich dir denke, Alter, ernsthaft? Also, da war schon ein Moment, wo ich dir denke, ja gut, da war ja noch ganz kurz die Leute mit ein, was da Sache ist. Das ist ja gerade mega gefährlich und du haust einfach ab. So, und dann ist ja so, dass Taro Heatherly anspricht, der ihn ins Apartment bittet und der Funkkontakt abbricht. Wo natürlich jeder von uns sofort weiß, Jules ist aufgeflogen. Klare Kiste, ne? Ja. So, dann wollen die Polizisten das Apartment stürmen, inklusive Bob und Peter, aber die Polizisten und Peter und Bob werden halt von der Rothaarer, die sich ja später als, wie gesagt, Arthur Heather, die's Tochter Melissa herausstellt, werden dann bedroht und ebenfalls ins Zimmer geführt. Heißt jetzt schon aufgelauert. Ähm, Arthur versucht dann das schweigende Zeugen zu erkaufen. Die weihren sich allerdings und dann sagt ja Arthur, ja gut, dann, äh, Melissa, schieß die mal ab. Ne? Ball über den Haufen. So, und dann kommt halt Jupiter aus dem Badezimmer und kann Melissa mit einem Fall betäuben und die anderen überwältigen Arthur. Und wie sich dann herausstellt, war Melissa halt der anderen Gebogenschütze und das Kostüm liegt im Bad. Und vor allen Dingen ist halt ja so, dass dann wirklich auf die, auf die anderen ja geschossen wird, Auf, weiß ich, Bob, Peter, wie auch immer. Und dann kommt Jupiter aus dem Bad und ich denk mir, ja, Alter, das kann ich nicht im Ernst sein. Ist mega gefährlich, du lässt deine Kumpels fast über den Jordan gehen, nur um den großen Aufwärts zu haben, hat mich mega angekotzt, muss ich sagen. Ja. Fand ich richtig schlimm. Ja. Wow. Ja, zumal diese ganze Schlussszene, ne? Ähm, aber es fängt ja eigentlich schon damit an, muss man ja sagen, da hat Peter ja eigentlich auch wieder einen starken Auftritt. Weil Taro geht ja in das Hotel rein, ne, und sagt ja, ja, hör mal, ich will mich mit dem und dem treffen und der Diener sagt, haben wir nicht. Und dann sagt er, ja, ich sehe aber euer Auto, das Auto von ihm auf dem Parkplatz, naja, vielleicht besucht er nur jemanden. und dann geht er wieder raus und was machen wir jetzt und dann kommt er von Peter so, Freunde, Freunde, guckt mal, wer da drüben im Imbiss sitzt. Also der feiert sich richtig ab und, ähm, ja, es ist halt tatsächlich ja so, dass, wie du sagst, es ist so, du fragst dich erst mal, warum rennt Joop auf einmal weg? aber so untypisch. Also sonst sagt er immer, ja, ich hab da eine Idee, ich muss da aber noch was zusammen machen oder so, aber er haut einfach ab und ist weg. Und dann plötzlich kommt er aus dem Badezimmer gesprungen, am besten, ich stell mir das einfach so vor, noch so ein Bademantel irgendwie an oder so, kommt dann da ran, yeah, ich bin super Joop und, ähm, ja, und er überwältigt ja die Tochter und sie sagt ja dann auch noch so, ah, Vater, ja, es waren ja drei oder so, ne, also sie sagt ja dann auch irgendwie so was und dann sein Auftritt ist so, wie du schon sagst, so drüber, so überzogen, also, ja, schlimm, dieses Unnötige in Gefahr bringen, in Lebensgefahr, aber wirklich dann ganz, ganz knapp quasi, äh, dann noch zur Hilfe zu eilen, nee, war mir, war mir too much, war mir echt too much, ne Joop bei dir? Es ist so untypisch, es ist richtig, richtig untypisch für ihn. Es ist auch so nett. So, also, ja, ich sehe das ähnlich, wobei ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, ähm, also, Inspektor Mildnüster mit den dreien und so wie ich das gehört habe, aber eigentlich doch nur noch einem anderen und zwar demjenigen, also den Polizisten, der den Wagen fährt. oder habe ich da irgendwas falsch gesehen? Weil, alle sind da. Wie alle? Ja, Mildn, Sturbisch, Peter und Bob Ben noch, äh, ins Apartment geführt. Genau, aber das sind ja nur zwei Polizisten für so eine Aktion, nur zwei Polizisten zu holen, wie bescheuert ist das denn? Ja, weil es keine offiziell genehmigte Polizeiaktion ist. Was ja auch schlimm ist, was ja Mildn sagt ja auch zu Jupiter, und was machen wir jetzt, Joop? Ich sage mir, Alter, du bist doch der Polizeichef. also fand ich auch so drüber, deswegen fand ich Justus Stellung in den ganzen Dingen, äh, Jupiters, Jupiters Rolle in dem ganzen Ende einfach viel zu hoch aufgehangen. Inklusive dann dieses, dieses finalen Endes vom Wegen, dass sie gerade noch vorbeischießt, du hörst den Schuss ja sogar noch, dass sie wieder von dem Fall getroffen währenddessen, während sie abdrückt, fand ich total daneben. Too much. Ist es auch. Ne, also dass er seine große Aufsätze hat, wie jetzt, was ich spiele im Hotel, ne, Justus, ich möchte dir jetzt etwas mitteilen, ist ja schön und gut, nehme ich auch gerne mit, finde ich teilweise lustig, finde ich auch dazugehörend, aber das Gefahrenpotenzial fand ich jetzt so extrem hoch, dass es einfach unpassend war. Dann kommen wir ja noch ganz kurz zur finalen Aufklärung quasi, ne, also Arthur erzählt ja dann, komischerweise ist es irgendwie ein Erzählfall, Taro erzählt alles, Arthur, Heather, die erzählt alles und die drei tappen eigentlich nur im Dunkeln die ganze Zeit, außer jetzt die Überführung und der erste Fall, diese Versicherungsgeschichte. Arthur erzählt halt, er hat halt ein Landgut in England gekauft und ist dort in einem Tunnel auf den Rest der Scheintafel gestoßen. Nun wollte er die restlichen Fragmente halt auch noch haben, um dieses Nostradamus-Geheimnis zu entschlüsseln und damit nicht nur Milliarden machen, sondern sich auch die Anhänger des Nostradamus zu eigen machen. Das heißt, ne, schöner so ein bisschen Gefolge aufbauen und halt richtig Kohle zu machen, weil irgendwelche Spinner findest du immer, die dir irgendwie die ganze Scheiße glauben. Sektor. Ja, so in die Richtung geht's ja wahrscheinlich. Kannst du den alten Asmoli nochmal einstellen, wenn er Zeit hat. Ja, und Jupiter, erzählt dann halt, wie er auf die ganze Geschichte kam, dass er eben halt Melissa gesehen hat und mitbekommen hat, wie sie ihren eben im Imbiss futternden Vater angerufen hat und gewarnt hat. Jupiter hat sie dann bis zum Atatmen verfolgt und als sie wieder herauskam, um den Polizisten und Peter halt diese Falle zu stellen, ist er durchs Badezimmerfenster ins Apartment, um eben halt auch eine Falle zu stellen. Und das fand ich so daneben. Ich sag mal, diese Beweggründe von Arthur verstehe ich ja noch, ne, das ist ja, weil gerade gerade für mich, der dann in den späten 90ern, Anfang 2000er, die ganze Nostradamus-Geschichte mitbekommen hat, nachvollziehbar, sag ich mal. Aber wie gesagt, Jupiter fand ich ja katastrophal. War er für dich nachvollziehbar überhaupt, die ganze Nostradamus-Geschichte jetzt von Arthur Hetherley? Oder war er einfach, du sagst ja, da albern? Ne, nachvollziehbar, trotzdem fand ich es eigentlich an sich ein relativ schwaches Motiv. Ja, ich glaube, das ist echt so eine Geschichte, dass man diesen Nostradamus-Hype mehr oder weniger von damals mitbekommen haben sollte, um halt diese, die Tragweite zu verstehen, oder? Jonas, so komisch. Ja, es ist, glaube ich, ähm, schwierig, wie du schon sagst, für jemanden, der überhaupt so vielleicht mit Nostradamus jetzt erstmal gar nicht so wirklich was anfangen kann, so zu verstehen, ne, worum es so geht in dem, in dem Ganzen. Und es wird zwar von dem Denten, hieß ja der, der den Einbruch fingiert hat, ja so irgendwie noch erklärt, aber, ähm, es wird der Fokus auf das Ganze erst wieder zum Schluss erwähnen. Das heißt, du hast da irgendwann nur noch diesen Bogenschützen und hast die Steine, die geklaut werden, aber du verlierst vielleicht auch einfach so ein bisschen den Gedankengang an Nostradamus in der ganzen Geschichte, ne, warum er das alles jetzt so macht. Und Mr. Heserly sagt ja am Ende auch, finde ich ja auch diesen Korruptionsgedanken, äh, finde ich ja auch ganz witzig, ne, wo er dann sagt, ja, ich hätte mich einfach freikaufen können mit den Milliarden. Es gibt ja zum Glück noch vernünftige Richter und Staatsanwält und Polizisten, die sich bestechen lassen. Und, ähm, das ist so irgendwie, also ich hatte für mich das Gefühl, ab der Szene, wo Taro auftaucht und er alles erklärt, muss die Geschichte jetzt schnell zu Ende geführt werden. So nach dem Motto, koste es, was ist voller, wir müssen jetzt schnell durch, durch das Ganze. und das macht das Ende richtig schwach auch. Ja, vor allem, ab der Taro-Geschichte ist für mich die ganze Geschichte einfach abgesoffen. Ja. Ja. Weil einfach nur erzählt wird, wie es zu Ende geht, wie es zu Ende geht. Motiv wird erzählt, dann, äh, die Taro erzählt einfach komplett alles, was wir wissen müssen. Da wo ich mir denke, ja, da könnt ihr doch vorher schon mit offenen Karten spielen können, meiner Meinung nach. Ja, also von daher ist für mich da die Geschichte echt so steil weg abgegangen. Ich fand diese ganze Anfangsgeschichte mit diesem Versicherungsbetrug fand ich richtig gut, schön aufgelöst, logisch aufgelöst, fand ich naheliegend, passte alles wunderbar, passte auch in meinen Rocky Beach und dann kommt plötzlich dieser Engländer da eingeflogen und dachte mir, ja, nee, irgendwie war mir halt einfach zu viel zum Ende hin. Auch dann eben halt diese, wie gesagt, diese dramaturgische Rettungsaktion von Justus am Ende, Jupiter am Ende und, äh, also, ne. Ja, dann würde ich sagen, wenn, switch mal kurz, dann kommen wir einfach mal kurz, äh, zur Geschichte, wie fandest du denn die Folge Wunder und Erwartungen erfüllt und wir eh schon so drinstecken? In der ganzen Geschichte. Äh, ja, nee, also, vom Klappentext her und jetzt im Vergleich zur Folge habe ich erstens was ganz anderes erwartet, also so manche Punkte, ja, okay, wurden getroffen, kannst du abhaken aus dem Klappentext, aber eigentlich habe ich wirklich eine spannende Folge erwartet und jetzt nicht so ein Erzählfall, wie das jetzt hier der Fall ist. Ich meine, wir haben mindestens drei lange Erzählungen, wir haben den, äh, die Geschichte vom Denton, einen armigen Bogenschützen mit der Geschichte vom Stein, dann haben wir Taro, der das alles aufklärt und zum Schluss jetzt nochmal hier den Arthur, der dann sein gesamtes Motiv erzählt und das ist kein richtiger Fall für mich, den drei Fragezeichen wird fast alles vor die Füße geworfen, Ermittlungen sind so gut wie keine da und ansonsten, ja, Jupiter hat am Ende seinen Auftritt, aber das war's. Jonas, bei dir? Ja, ich muss ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich wollte ja nicht so viel vorwegnehmen, also meine Erwartungen sind absolut nicht erfüllt worden, ich habe was komplett anderes erwartet und kann Nell da auch voll, voll zustimmen. Die kriegen alles hingelegt, ne, nachdem der Stein, ich sage mal, wenn man das jetzt mal so im Schnelldurchlauf durchgeht, Stein ist da, Stein ist weg, oh, wir haben kein Interesse mehr an dem Fall, dann, ähm, decken wir mal eben Versicherungsbetrug auf, dann wird's für mich spannend, ne, oh, der einarmige Bogenschütze und die Spannung kommt auf und dann spielen diese Jahrhundertsteine und die Steine irgendwie wieder eine Rolle, da hat man für sich als, also ich mir als Hörer gedacht habe, ähm, ah, okay, also es wird ja doch nochmal was mit dem Stein, ähm, dann überführen sie den vermeintlichen Bogenschützen, werden da ja dann auch von dem, von der, von der, von der, ähm, Melissa, Melissa heißt die doch, Melissa Heserli, äh, reingelegt, ne, dann denkst du dir, oh, cool, dann taucht ja Taro auf, ähm, und da hat ja dann auch, Peter hat ja zweimal in, in dieser Feuerwehr, einmal das, wo der sagt, der Asiate, genau Peter, der Asiate, ein Japaner, um genau zu sein, und am Ende nochmal mit, die Rothaarige, und wo sie sagt, die Rothaarige, wie das klingt, das ist so, das sind so zwei richtig, Szenen, die bleiben einem einfach so im Kopf, aber dann ist, Taro erklärt einfach alles, die drei müssen, wie schon gesagt, nicht mehr ermitteln, und am Ende, Jupiter, äh, denkt sich dann nochmal eben so, ach mein Gott, vielleicht wird ja einer abgeknallt, dann machen wir wirklich nur noch die zwei, und, ähm, ja, es ist total drüber, das Ende, und es wirkt so dahin ge, ja, dahin geklatscht einfach, so, wir müssen jetzt irgendwie zum Ende kommen, und, ja, also irgendwie, gar nicht so geil, ne, muss ich auch sagen, also, ich bin da auch, komplett bei euch, also, ich kann gar nichts hinzufügen, ja, die Frage, ob die Folge heute funktioniert, die sparen wir uns, weil der Fall ist ja recht aktuell, von daher, ein klares Ja, dann, die Frage, nach Jupiter, Peter und Bob, äh, Bob ist mal wieder so, dabei ist alles, ne, also, den, den nimmst ja eigentlich gar nicht so wirklich wahr, muss ich sagen, aber jetzt im Nachhinein nicht, dann bleiben ja halt mal wieder nur Jupiter und Peter, wende über, ne, grinst sich ein, weil sie denkt, jetzt kann ich wieder sagen, Peter heißt mal drei Fragezeichen der Folge, die drei Zeichen der Folge, also, meinen die drei die Folge, meinen der, meinen der eine von die drei die Folge, sein Detektiv, ja, ne, wolltest du dir Peter sagen, komm, hau raus, fang doch mal an, ja, natürlich, Peter, so, jetzt hast du es, ich muss eigentlich gar nicht viel erklären, glaube ich, ja, wir hatten ja schon viel gesagt, ich konnte es doch gerne noch ganz kurz zusammenfassen, ja, also sagen, Peter bringt den Fall in Gang, Peter hat einige Erleuchtungen, ähm, vor allen Dingen zum Schluss, und ich finde seine Sprüche teilweise extrem witzig, das allein reicht für mich schon aus. Jonas, wie nimmst du? Ja, ja, ich, war tatsächlich dran, erst wirklich Jupiter zu nehmen, weil, er, also, er übernimmt ja auch Bobs Part irgendwie, indem er recherchiert und so, deswegen fällt Bob auch einfach total raus, ne, Bob sagt ja auch, seit wann übernimmst du freiwillig die Recherche, äh, und das ist doch sonst meine Aufgabe, ne, ähm, was mich so schwanken lässt, oder ins Grübeln bringt, ist einfach so, wie gefällt mir das Ende, also, ist mir das Ende zu sehr drüber von Jupiter, um ihn für mich zu meinem, die drei Detektiv der Folge, zu machen? Ich gebe Nell recht, Peter hat gute Argumente, Peter treibt wirklich, bringt er den Fall ran, also, wenn Peter nicht so am Anfang darauf beharrt hätte, wäre es ja gar nicht so weit gekommen, er hat witzige, witzige Szenen, ähm, es ist schwierig, weil, Joop gefällt mir auch, auch wenn das Ende irgendwie so, drüber ist, ich weiß noch nicht, also, ob ich es jetzt, auch wenn ich es kaputt geredet habe, zu beginnen, ob es für mich aber trotzdem, nicht doch Argumente sind, um ihn zum drei Detektiv der Folge zu machen, es ist schwierig, also, ich schwank tatsächlich, es ist eine Gratwanderung, ähm, zwischen den beiden, ich kann mich da wirklich nicht entscheiden, vielleicht sollte ich eine, eine Münze werfen. Ja, oder du nimmst beide. Vielleicht nimm einfach Bob, damit er auch seine Darlehen richtig hat. Ich nimm Bob, der hat nämlich auf eins gebracht, er war mit Peter in der Disco. Ja. Nein. Aber für mich ist es dann Jupiter, trotz alledem, weil er halt auch, ich finde, wie gesagt, er ist halt gut, bis auf dieses Ende. Ansonsten finde ich ihn gut. das ist für mich wirklich der Punkt, habe ich es, also macht es mir das zu sehr kaputt? Also, die es in Gefahr bringen allein schon, ne? Also, seine Freunde so in Gefahr zu bringen. Hättest du, Herr Wischowitsch, oder diesen Peter, wäre mir der gar gewesen, aber die anderen beiden. Ne, also, für mich ist es Jupiter, weil, wie gesagt, ich finde, obwohl er am Anfang ein bisschen komisch ist, ne, dass er diesen Fall nicht als Fall sieht, die Geschichte da mit dem Stein, sondern, äh, da er eher, äh, ruhigen Gemüts ist, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten, ähm, er leckt ja ziemlich schnell Blut, auch bei der Versicherungsgeschichte. Da fände ich ihn richtig gut. Logisch erklärt, passt für mich alles wunderbar, äh, recherchiert dann auch, dann merkst du sofort, im Moment, er ist jetzt plötzlich Feuer und Flamme, für den Fall, fand ich gut, und Peter reicht für mich einfach nicht, nur, dass er da am Anfang so ein bisschen, ähm, mehr Palabra macht, mehr Bock auf den Fall hat, als die anderen, und ein paar Sprüche, aber das reicht mir einfach nicht. Deswegen bin ich stupiter. Ja, aber was auch viel interessanter jetzt wird, die Nebenfigur der Folge, aber Tara ist sie für mich schon mal nicht. Nur ich frage jetzt, wie nehme ich denn dann? Also, glaube ich nehmen. Für mich ist, ach so, ja. Ja, nein, sag du mal zuerst, bin mal gespannt, jetzt bin ich, Melissa. Einfach, weil sie der ziemlich geile, einarmige Bogenschütze ist. Total viel Chaos, die legt die, äh, zumindest Jupiter und Bob legt sie rein, und obwohl sie böse ist, ich finde sie eigentlich total sympathisch. Finde auch hinten so auf dem Cover so. Der total geile, einarmige Bogenschütze, Melissa Hazali, gesprochen von Stephanie Kirchberger. Ja, aber, ähm, dem Ganzen stimme ich zu. Also, für mich ist es auch, äh, der einarmige Bogenschütze, ähm, in dem Fall dann halt die, die Melissa, weil, du hast sonst nicht viele Nebenfiguren, ne, wie du schon sagtest, Thomas Taro, äh, ja, taucht am Ende auf und erklärt eigentlich alles. Ähm, Barbara Fox, ja, wird angesetzt auf die drei, um den Versicherung, aber, um sie, quasi, den Fall am Laufen zu halten, aber ist natürlich hauptsächlich an ihrem Versicherungsbetrug interessiert. Ähm, dann der, wie heißt er denn jetzt nochmal, der Denton, ja, er lenkt das auch in so eine richtige Richtung und bringt die drei dann wieder so ein bisschen auf, auf Spur, aber Melissa ist halt einfach, ähm, der kreative Kopf in gewisser Weise auch, finde ich, noch mehr als, als der Arthur hinter dem ganzen, ähm, unterfangen und ja, wie Nell schon sagt er, sie trickst die halt auch richtig gut aus, ne, und das macht sie halt auch irgendwie trotzdem zu so einer sympathischen Figur, auch wenn sie sie am Ende erschießen will. Sie ist ja nur die Marionette ihres Vaters, von daher, also ich kann das selber entscheiden, sie ist ja schon alt genug, sagt der Vater ja auch. Ja, mit 19 Jahren kann sie das schon selber entscheiden. Kannst du selber entscheiden, wen du erschießen möchtest. Also Nell zwei Jahre noch. Ja, Ja, für mich die Nebenfigur der Folge ist Mr. Denten, muss ich sagen, weil ich kaufe ihm einfach diese ganze Geschichte ab, dass er halt, ähm, ich weiß nicht, betrügen möchte, da ist er ja, da muss ich euch ja Rede und Antwort stehen, ne, wenn die, wenn die Versicherungsleute euch da einschalten und dieser Zwist, diese innerliche Zerrissenheit, die er ja hat, ne, zwischen, ja, ich musste die betrügen und dann, dann beichte er ja auch, ja, ich hab's gemacht, weil ich Kohle brauche und er zählt sich dann trotzdem von den Steinen, ne, er ist ja auch wirklich so, gefühlsmäßig irgendwo am Boden, ne, wo er sich fragt, ähm, ja, ich erzähl euch mal, ich bringe euch ein Bild mit von dem Stein, ist Cola okay? Wollt ihr was trinken? Ist Cola für euch okay? Weißt du, er ist da, merkst du wirklich, wie betroffen der ist und wie, wie emotional am Boden der einfach ist. Also, ich kaufe ihm das voll ab, deswegen ist für mich Mr. Denten meine Nebenfigur der Folge. Auch wie, auch wie schön er halt diesen, die Tat vorgegangen erzählt. Ne, ich hab ihn sofort im Kopf, von daher, find ich toll. Ja, dann kommen wir zur Note. jetzt wird es ja ein wildes Gewürfel wahrscheinlich. Wie tief geht man runter, glaube ich, ne, ist jetzt die Frage. Alles überlegt? Der Fall hat nette Aspekte, die ihn nicht ganz schlecht machen, aber er kommt für mich nicht wirklich ins Rollen, weil ab da den Zeitpunkten Einbruch durch den Bogenschützen, Taro taucht auf, das vorherige, was so ein bisschen Spannung erzeugt, übelst abschmiert und den Fall kaputt macht. Ich geb ihm trotz alledem ne wohlwollende vier Punkte. Okay. Mal hier eintragen. Nell? Äh, ich stimme Jonas eigentlich voll überein, nur, äh, vier Punkte finde ich dann doch etwas wenig, deswegen geb ich fünf Punkte. Wenn du vier Punkte zu wenig findest, ich hab mir ja auch Gedanken gemacht. Ähm, ich muss sagen, der Fall, ne, der hat mich, das Ende hat mich so aus den Natschen gekippt, wo ich sagte, boah, ne, also, das wird ja einfach nur alles aufgedröselt und ab diesem Museumsbesuch, also ab der Hälfte ungefähr, fast die Hälfte, glaube ich, kann man sagen, der Fall säuft dermaßen ab. Ich geb dem Ganzen nur zwei Komma auf fünf Punkte, von daher bin ich da, äh, was? sehr tief unterwegs. Jetzt könnt ihr ja mal raten, was denn die Hörer so rausgehauen haben. Da stellt sich für mich jetzt tatsächlich die Frage, ob die Hörer den Fall überhaupt so kennen. Also, weil man kriegt sie ja nicht mehr zu kaufen, man kriegt sie nicht zu hören über Spotify, man muss schon... Haben oder gebraucht kaufen, richtig. Genau, haben oder gebraucht kaufen, ähm, Ich kann dir aber verraten, dass, ähm, bei, bei die drei Folgen weniger Leute abstimmen, als bei den drei Fahrzeichenfolgen. Ja, ich glaube einfach, weil sie die Folgen halt einfach nicht kennen. Genau, richtig. Also, ich, ich würde den, ich glaube, ich würde die Zuschauer, Zuschauer, ja, die Zuhörer, ähm, ich sag, trotz alledem, glaube ich, pendeln die sich zwischen sechs und sieben Punkten ein. Ne? Ja, ich hab vorhin schon fünf gesagt. Achso. Ja, irgendwas liest eigentlich ganz gut. in der ganzen Geschichte bei, weil die, die Hörer wohnen mit 6,28 Punkten. Und damit landet aber der Jahrhundertstein, wahrscheinlich auch auf meiner Bewertung, mit 4,4 Punkten, auf dem letzten Platz. Letzter? Ja, letzter. Und zwar, und davor? Ist die Silberne Spinde, das hat die Aztekenschwert. Ja, damit sind wir durch, damit war der Jahrhundertstein durch. Die nächste, die drei Folgen wird dann die 43 sein, die wir besprechen werden. Und dann werden wir wahrscheinlich mal eine Folge mal den Hörern zur Verfügung stellen, die sollen sich einer aussuchen, damit wir nicht wieder ins Panic, Porky und Haus der Tausend Rätsel Bedulie kommen. Die Diskussion verfallen, deswegen. Aber es ist aber Zeit. Und dann weißt du ja jetzt schon, welche Folge die Zuschauer, die Zuschauer, ich hab's aber auch heute, welche Folge die Zuhörer wählen werden. Also, das ist ja eigentlich jetzt schon vorprogrammiert, wenn du so sagst, dass du gar nicht Panic, Porky besprechen möchtest. Ich glaube fast, ich muss sagen, Tönische Resise ist eine wunderbare Folge, die ich auf jeden Fall sehr gerne besprechen möchte. Haus der Tausend Rätsel hat, es ist so, so, so schrecklich, die finde ich so schlimm. Da sind so, so schlechte Szenen bei, Diese, in der Bade-Szene, da haben wir die, die bei der, wo sich ja, ähm, Bob die Frisur machen lassen muss. Also, das sind ja wirklich ganz, ganz schlimme Szenen bei, die man auf keinen Fall besprechen möchte, die ja wirklich ganz schlimm sind, also, aber jetzt die Ironie nicht erkennt, der kann die gerne behalten, von daher, also ich bin, Haus der Tausend Rätsel finde ich wesentlich besser als natürlich die Regie, ne, du überlegst gerade irgendwas. Ja, wir haben gar nicht mehr so viele die drei Folgen übrig. Das ist korrekt. Ja, was machen wir denn dann? Aufhören. Oh, okay. Was im Schein. Damit sprechen wir halt bei jeder, drei hinten eine Punky-Folge. Nein, da machen wir eine Hörspielkarose. Ah, ich warne dich. Nein, aber, äh, uns fällt schon irgendwas ein, da finden wir schon irgendwas. Ne, wir haben, ja, es gibt ja in Summe acht Stück, meine ich, mit dem richtigen Kopf ab. Ja, also neun eigentlich, weil es gibt ja noch dieses, dieses letzte, wie, dieses mit dem Hotel auch wieder, aber, äh, Hotel Luxury. Ja, genau. Oder Luxury. Können wir auch mal machen, machen so einen Fall, so Mittwochdingen da. Wäre auch geil. oder wie. Also wäre, wäre auch interessant. Ja, gibt ja nur einen, einen, einen Weg, gucken wir mal. Ja gut, das war es jetzt mit die drei. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, Kofska. Also Freunde, bis dann. Bis dann.